Wenn du ganz nach unten in die Menüleiste gehst, da kannst du... Ja, ja, läuft. Genau, ja, prima. Gut, ja, dann zunächst mal euch beiden nochmal vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, dass wir da gemeinsam so eine kleine Fortsetzung eigentlich vom letzten Talk machen. Beim letzten Mal ging es ja so um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Rinzai zum Soto und da haben wir auch schon so ein bisschen in die ein oder andere Geschichte oder überhaupt in die Geschichte des Zen reingegrätscht. Ich habe die Grafik, mit der wir uns gleich beschäftigen können, habe ich eigentlich zunächst nur für mich selber erstellt, weil wir in der Online-Sanga treffen uns einmal im Monat und schauen uns einfach Texte von alten Meistern an. Unter anderem haben wir aktuell das Hokio Sanmai. An dieser Stelle liebe Grüße an die Online-Sanga, die sich das wahrscheinlich irgendwann auch angucken wird. Und dann wollte ich einfach wissen, wer war denn eigentlich nochmal dieser Tosan? Ich wusste, der hat irgendwie was mit der Soto-Schule, mit der Soto-Gründung zu tun und habe dann angefangen, so ein bisschen zu recherchieren. Und ich als Person brauche irgendwas Visuelles, um etwas zu verstehen oder mich darin zurechtzufinden. Und so ist diese Grafik entstanden. Ich teile vielleicht schon mal. Einmal freigeben. So. Genau, so ist diese Grafik entstanden, um einfach zu schauen, wer war denn dieser Tosan? Hat der eigentlich vor dem Huinen oder nach dem Huinen gelebt? Und basierend auf dieser Grafik, dann kamen auf Rat von euch noch zwei, drei andere Charaktere und Personen mit ins Spiel und entstand die Idee, dass wir uns einfach mal gemeinsam hinsetzen und dieses Linien-Linien-Wirrwarr aus der Soto- und Rindser-Tradition einfach mal so ein bisschen entwirren oder uns daran entlanghangeln. Das ist jetzt noch relativ klein. Ich kann hier gleich das Ganze ein bisschen vergrößern, sodass wir uns die einzelnen Persönlichkeiten einfach mal angucken können, in welcher Zeit und vielleicht auch zu der einen oder anderen Persönlichkeit in Form von Choren oder in Form von Geschichten. Gerade im Soto-Send werden ja noch der ein oder andere Text auch noch morgens rezitiert bei der Morgenzeremonie, dass man da einfach mal gemeinsam schauen kann. Ja, die Frage ist, wie wollen wir starten? Am besten am Anfang, oder? Das wäre beim Buddha Shakyamuni, oder? Das wäre beim Buddha Shakyamuni. Also, wenn wir hier mal oben in den indischen Bereich reingehen, also das, was ich so in Erfahrung gebracht habe von den indischen Patriarchen oder von den indischen Meistern in der Linienweitergabe, ist im Grunde relativ wenig bekannt. Außer hier in dem vom Angkor Verlag, in dem Denko Roku, wo tatsächlich die ein oder andere Geschichte auch von den von den indischen Meistern nacheinander und mal Kaschiapa drinstehen. Wobei, sonst hat man von denen, im Gegensatz zu Nagarjuna, hat man sonst von denen relativ wenig gehört, oder? Habt ihr da Infos zu? Ja, also relativ bekannt ist natürlich Mahakaschapa und Ananda. Die waren ja tatsächlich noch Schüler vom Buddha. Die gehören zu den zehn wichtigsten Schülern. Und dann Wasubandu und wo kommen die? Welche Nummer ist denn das hier? 21 ist der Wasubandu. 21. Das ist ein relativ bekannter Name. Also das ist, auf Japanisch heißt das Yui Shiki, auf Englisch manchmal Mind Only. Also diese Schule innerhalb des Buddhismus, die sagt, so ein bisschen wie der deutsche Idealismus, dass das ganze Universum Ausdruck des Geistes ist, eines Bewusstseins ist. Das ist innerhalb des Buddhismus eine relativ einflussreiche, philosophische Schule gewesen. Und der Wasubandu wird damit verbunden. Vielleicht kann man jetzt am Anfang erstmal sagen, also die Chinesen, die sind echt so Stammbuch-Stammbaum-Freaks. Familie Stammbaume und dann auch, wer ist der Lehrer von wem und so weiter. Bei den Japanern ist das ähnlich. Bei den Indern habe ich das Gefühl, das interessiert die kaum. Also auch deshalb, man weiß ja auch gar nicht so genau, wann der Buddha überhaupt gelebt hat. Es gibt die unterschiedlichen Theorien, die gehen ja über 100, über ein Jahrhundert auseinander. Beim Jesus, klar, da gibt es auch immer mal eine Diskussion, waren das vielleicht zwei, drei Jahre früher oder später. Aber beim Buddha, das sind 100 Jahre früher oder später die unterschiedlichsten Theorien. Und wie das dann weitergegeben wurde, also es wird oft gesagt, die Inder, denen geht es nur ums Absolute. Also um die Zeit, um die relative Zeit. Wer jetzt an welchem Tag geboren und wann er gestorben ist, das interessiert die Inder weniger. Das bedeutet, alles, was in diesen Stammbäumen über den indischen Teil der Wiedergabe gesagt wird, wurde vermutlich zum allergrößten Teil erst hinterher von den Chinesen erfunden. Also das, so wie wir das heute machen, dass der Meister dem Schüler einen Brief gibt und der Schüler gibt es dann wieder dem nächsten Schüler. Und auf die Weise ging es dann vom Buddha zu Mahakashapa und von Mahakashapa zu Ananda. Also und das ist dann Nummer 14, der Nagarjuna. Ich glaube, der Nagarjuna steht an der Stelle hauptsächlich, weil er furchtbar wichtig ist für die Entwicklung des Buddhismus. Also ohne Nagarjuna hätten wir kein Herz-Sutra, wir hätten die ganze Lehre von der Leerheit nicht. Und der Vasubandhu steht ja, weil er dem im Grunde von Nagarjuna, das ist eher so eine ganz andere Richtung. Also eine ganz andere Richtung, aber die wollte man halt auch drin haben. Aber das, was du eben hochgehalten hast, das Denkoloku, das orientiert sich ja an den chinesischen Stammbäumen. Also da gibt es Ketoku-Dento-Loku heißt das auf Japanisch, das ist recht bekannt. Da sind diese ganzen Wiedergabelinien und auch jeweils diese Koans. Also viele der Koans, also wenn man sich fragt Mumonkan oder Hekigan-Loku, wo kommen die Koans ursprünglich alle her? Die kommen aus diesen Traditionslegenden, also der Schüler so und so ging zum Meister so und so und verbrachte da so und so viele Jahre und er stellte ihm diese Frage und da sagte der Meister das. Und da wurde er erleuchtet. Diese, die Ursprünge der Koans, die kommen auch da her. Und ich habe das Gefühl, dass der Kesan drei Generationen nach dem Dogen in Japan, als auch Rinsei anfing, sehr populär zu werden und Rinsei halt in der Hauptstadt Kyoto und die Soto-Leute, die saßen da eher in den Bergen, abseits in der Pampa. Dass der Kesan da so ein bisschen das Bedürfnis hatte, zu sagen, hier ist Soto und wir haben das auch, diese Erleuchtung. Und das wurde vom Buddha von Generationen zu Generationen weitergegeben. Aber zumindest das, was er da über die Weitergabe vom Buddha bis zu Bodhidharma schreibt, das hat er sich, glaube ich, zum allergrößten Teil aus den Fingern gesogen. Ja, muss man so sagen, aber. Ja, ja, ich hatte auch den Eindruck, dass das hier in diesem Denko Koroku, dass er da versucht hat, quasi innerhalb der Soto-Tradition auch so was wie ein Mumonkan oder so eine Koansammlung irgendwie das zu verbinden mit den Linien. Weil auch vom Aufbau her, dann schreibt er seinen Kommentar dazu, dann hat er teilweise noch einen Vers dazu, also ähnlich wie auch das Mumonkan aufgebaut ist. Genau, genau, genau. Er orientiert sich da und macht sozusagen das Soto, die Soto-Version von Rin sei. Und ich meine, es gibt ja bekanntlich im Soto auch Meister, die sagen, ihr braucht Kensho und Koans. Der Dogen hat vermutlich auch mit Koans gearbeitet. Und er hat ja in China diese Erfahrung des Abfallens von Körper und Geist gemacht. Es geht auch im Soto darum. Und diese Meister, die stützen sich dann eben auf das Denko-Lokko. Und die sagen ja, hier, guck mal, der Kesan, der spricht ja auch von der Wiedergabe. Oder der Wiedergabe des Lichts. Also Denko-Lokko bedeutet ja die Wiedergabe der Lampe, der Leuchte. Leuchte ist natürlich Satori oder Kensho. Und interessant ist im Schobogen so, das, was am nähesten da rankommt, ist das Gyoshi-Kapitel. Ich weiß jetzt nicht, wie man Gyoshi auf Deutsch übersetzen würde. Das Aufrechterhalten der Praxis. Ja, ich glaube, Ring der Praxis, oder? Also das ist ein unerblicher Kreislauf. Ring der Praxis ist ein Begriff, der ganz am Anfang dieses Kapitels vorkommt. Das ist ein sehr wichtiger Begriff. Und das ist das längste Kapitel im Schobogen, so wo Dogen vom Buddha bis zu seinem Meister verschiedene inglesische Patriarchen, aber vor allem chinesische Patriarchen, nicht nur Soto, sondern auch Rinzai, vorstellt und sagt, die haben so praktiziert. Und das Interessante am Gyoshi-Kapitel ist, dass von Erleuchtung fast nie die Rede ist. Also wenn er vom Buddha spricht, dann erwähnt er nicht, wie er unter dem Bodibaum saß und den Morgenstern eines Morgens erblickte, sondern er spricht von den 40 Jahren der Reise danach, als er den Dharma predigte. Oder auch diese berühmte Geschichte von der Blume, die er dann hochgehalten haben soll und dann ist der Mahakashapa erwacht. Das lässt er auch aus und spricht dann von den großen Anstrengungen, die Mahakashapa unternommen hat. Also wenn man bei Dogen nach der Wiedergabe oder so nach einer Traditionslinie sucht, am stärksten, wie sagt man, ausformuliert oder ausgeschmückt findet man es im Gyoshi-Kapitel, aber das, was uns eigentlich interessiert, die Erleuchtung, die findet man interessanterweise gar nicht. Also ich habe das Gefühl, dass der Dogen sie da absichtlich sozusagen rausgelassen hat. Und der Kesan, dem fehlte das natürlich dann, denn der musste sich dann vielleicht die Kritik auch von den Rinseilleuten anhören. Ja, okay, ihr macht da zwar harte Praxis, da in den Bergen, im Schnee, aber die Erleuchtung, die habt ihr offenbar noch nicht. Du hast jetzt gerade eben schon angesprochen, die Weitergabe von Buddha quasi an den ersten Schüler, Mahakashapa, das ist ja auch, glaube ich, eine Legende oder eine Geschichte, die so nur im Zen publiziert wird. Ich glaube, in anderen buddhistischen Traditionen gibt es, oder es gibt auch keinen Nachweis, keinen geschichtlichen Nachweis für dieses Ding, wo Buddha auf dem Geierberg saß und große Versammlung und alle erwarteten jetzt wieder irgendeine Predigt, irgendeine Geschichte und er hielt aber nur die Blume hoch und fing an, die zu drehen. Und Mahakashapa war der Einzige, der lächelte und dann kam dieser große Spruch von wegen Schatzkammer des Dharma und ich übergebe das jetzt dem Mahakashapa, ja. Ja, ja, das gibt es nur im Zen. Ich weiß jetzt nicht, wann das zum ersten Mal erwähnt wurde. Ich glaube, das wurde auch in China dann erfunden, sozusagen, erdichtet. Also wenn du einen Theravada-Mönch danach fragst, der wird lachen. Und auch in Japan, die anderen Schulen, die kennen das so nicht. Also der Grund, weshalb diese Geschichte sozusagen erdichtet werden musste, ist, die Zen-Schule ist ja die, die sagt, du wirst die Wahrheit nicht in den Zutrinnen finden, sondern es kommt auf die direkte Erfahrung an. Trotzdem ist es aber auch wichtig, bei einem Meister zu studieren, denn nur in dem Austausch, dem Kontakt zwischen Meister und Schüler wird dieser Funken springen. Und das Musterbeispiel sozusagen ist diese Blume. Oder dann in der zweiten Wiedergabe, Mahakashapa sagt Ananda, hol die Flagge runter. Und da wacht Ananda auf. Und bis dahin, wenn man sich anguckt, wie wurde der Buddhismus, der Buddha Dharma in Indien weitergegeben, das war eher so wie ein Unistudium bei uns. Also die Leute haben sich zusammen hingesetzt, die Schriften studiert. Denn ich meine, was hat man vom Buddha noch? Der Buddha war tot. Was da war, war die Sutren. Dann gab es dann noch den Abhidharma, die Schriften, die die klugen Mönche so als Interpretation der Sutren hinterlassen haben. Und dann gab es natürlich, was im Theravada heute immer noch sehr wichtig ist, die Regeln, die Mönchsregeln. Und im Mahayana-Buddhismus, der sich daraus entwickelt hat, also nach Nagarjuna war das dann auch nicht anders. Beziehungsweise da wurde dann die Philosophie noch viel wichtiger. Die ganze Metaphysik über die Lehre, was die Lehre ist und was sie nicht ist. Und Verleugnung, 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 Verleugnung. Und am Ende wusste keiner mehr, worüber man eigentlich gesprochen hatte. Also wieder wie ein Philosophie-Seminar in der Deutschen Uni. Und die Zen-Leute waren halt die, die sagten sich jetzt, was hat der Buddha eigentlich gemacht, bevor er die Erleuchtung hatte. Oder wie ist er überhaupt drauf gekommen? Er hat sich auf seinen Arsch gesetzt, unter dem Bodhi-Baum. Und warum machen wir dem das nicht mal nach? Wenn es beim Buddha geklappt hat, vielleicht klappt es bei uns auch. Und die ganzen Sutren, das sind, naja, Erklärungen dazu. Also der Savaki sagt mal irgendwann, die Sutren sind so Fußnoten zu Sazen. Erklärungen, die sind zwar auch manchmal interessant, aber die Sache, um die es uns geht, wird nicht in Worten und Schriften wiedergegeben. Aber damit waren die Zen-Leute die totalen Außenseiter. Beziehungsweise heute im japanischen Buddhismus, Zen-Buddhismus ist ja nur ein Fünftel ungefähr des gesamten Spektrums, das man in Japan hat. Und die anderen 80 Prozent, wenn du die fragst, worauf stützt ihr euch? Dann sagen die auf diese Sutra oder auf jene Sutra. Und in dem Sutra, da steht was vom Amitabha und wir stützen uns auf diese Sutra. Genauso wie man im Christentum sagen würde, also ich stütze mich auf die Bibel. Und der eine sagt, ich stütze mich nur aufs Neue Testament. Und der andere sagt, ja, nee, das Alte Testament ist auch wichtig. Und dann gibt es die Leute, für die ist es besonders der Paulus, der wichtig ist. So ist es im Buddhismus eigentlich auch. Außer Zen. Und eben um sozusagen den Buddha mit zu sich ins Boot zu nehmen, haben die halt diese Geschichte erfunden, dass der Buddha dann letztlich, als er wirklich die wichtige Sache übertragen wollte, da hat er gar nichts mehr gesagt. Da hat er geschwiegen und die Blume hochgehoben. Und Maha Kaschapa hat dann auch nicht viel geredet, sondern er hat einfach nur gelächelt. Und dann von Mann zu Mann, von Gesicht zu Gesicht wurde der Dharma weitergegeben. Aber natürlich mit den besten Intentionen. Also ich habe euch ja diesen Link geschickt zu, leider nur auf Englisch im Internet, John McRae. Was war der Titel von diesem Buch? Also da geht es vor allem um den sechsten Patriarchen und die ganze Legende um den sechsten Patriarchen. Und der John McRae, der lebt leider inzwischen nicht mehr. Der hat das alles wissenschaftlich untermauert, also viel Forschung betrieben. Und der sagt, das ist unmöglich, dass das ein Holzfäller war, der sechste Patriarchen. Und dass der nicht lesen und schreiben konnte und trotzdem dann mitten in der Nacht, kurz nach Mitternacht, dann mit dem Kessa und dem Dharma in der Tasche abhaut. Das ist auch eine Geschichte, die hinterher erfunden wurde. Aber was der John McRae sagt, eben deshalb, weil diese Geschichten nicht historisch richtig sind, sondern von der Nachwelt erfunden wurden, eben deshalb sind sie wichtig, weil sie genau das darstellen, womit sich Zen dann identifiziert hat. Also nicht in der historischen Wahrheit, sondern in diesen Legenden drückt sich ja das aus, was die Zen-Leute dann halt für ihre Identität und für ihre Lehre und Praxis gehalten haben. Ja, wobei, ich weiß, ich war damals mordsmäßig enttäuscht. Das ist, keine Ahnung, zehn Jahre her war ich auf einem Bodhisattva-Lehrgang für dann irgendwann die Ordination, die erste kleine Ordination. Und der Meister, der das geleitet hat damals, wir haben zu Beginn, haben wir über die Gebote gesprochen, du sollst nicht lügen, du sollst die Wahrheit sagen und so weiter. Und im nächsten Atemzug erklärt er uns, dass diese Linie, weil wir uns dann auch mit dem Ketsumiaco beschäftigt haben, dass es diese Linie eigentlich gar nicht gibt, dass die letztendlich erfunden wurde beziehungsweise verschiedene Daten verfälscht wurden, um irgendwie eine Linie, das wäre den Chinesen wichtig gewesen. Und da fühlte ich mich natürlich direkt getriggert und habe gesagt, hier, wie, du kannst es natürlich auf der einen Seite sagen, Lügen ist verboten und auf der anderen Seite sagen, dass das gesamte Zen-Konstrukt, diese Linie, die wir da morgens rezitieren, dass die nicht stimmt, hier, jetzt erklär mir das mal. Das war natürlich weniger möglich. Ja, vielleicht damit wir beiden Soto-Leute hier nicht allein reden, das wäre vielleicht ein Punkt für Dirk. Denn ich meine, die Gebote, du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten, die sind ja auch Teil der der Koan-Ausbildung, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich bin nie so weit gekommen. Aber im Zen eigentlich kann jedes Wort gleichzeitig Lüge sein und gleichzeitig Wahrheit sein, so wie ich das verstehe. Oder traditionell würde man, wie heißt das, Uppsala, Uppsaya, von Kunstgriff sprechen. Aber ich weiß nicht, Dirk, hättest du Lust, an diesem Punkt da mal ein bisschen was zu sagen? Also vielleicht doch. Damit das hier nicht zum Zweigespräch macht. Warum nicht, ist doch interessant. Oder spielst du jetzt die, spielst du jetzt die Annalena, die die beiden alten Herren reden lässt und du stehst in der Mitte und... Versuche gerade, um uns zu verkörpern. Also Uppsala fällt mir nur ein und die Silas natürlich, die nehmen wir tatsächlich als Koans durch, nachdem man die klassischen Koansammlungen absolviert hat. Wobei man Momon Khan meistens auch im Idealfall mehrmals durchläuft. Aber du nimmst die Silas tatsächlich zum Schluss durch und gehst da mal richtig in die Tiefe hinein. Also ich meine nicht töten. Wenn das immer jemand vorliest und sagt, ja, ich töte nicht. Oder mich von Gefühlen mitreißen lassen. Ja, ich bin mal wütend, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich jemanden umbringe oder so. Das ist ja die Oberfläche. Aber Koan-mäßig muss es dann auch beweisen im Doxan und vor allen Dingen solche Sachen wie nichts nehmen, was mir nicht gegeben wurde. Zum Beispiel. Also ich läde gerade auch Sokai an, der 1000-Meilen-Tiger. Und der betont immer wieder, sich die Dualität anzumaßen. Also meistens denkt man ja immer, ich bin nicht erleuchtet und ich kann mir das nicht anmaßen, irgendwie so heilig über mein Leben sozusagen verfügen. Ja, ich bin Buddha und so. Ich bin auch noch lange nicht so weit. Aber es ist eine Anmaßung, so arrogant zu sein und sich getrennt von der Außenwelt zum Beispiel zu etablieren oder wahrzunehmen. Das heißt, diese Silas und diese Tugendempfehlung wirklich so ernst zu nehmen, dass du die Trennung aufhebst. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt eben. Du versuchst ja, bei der Zufluchtnahme, es ist jedenfalls bei uns so, versucht man sich darin zu üben. Als Laien-Schüler benutzt man das wirklich als seinen Praxisweg und als Mönch oder Vollordinierter musst du diese Sachen einhalten. So, wo das sowieso nie gelingt, aber man verpflichtet sich dazu so mit moralischen Tiefe. Das vielleicht dazu. Was mir zu der Zen-Entwicklung nach diesen Indern, mit denen ich auch eigentlich nicht so viel anfangen kann, außer natürlich mit Nagarjuna, der ja die Madhyamika-Philosophie, was ja eigentlich reines Zen ist, was du auch durch die Koran-Schulung ja praktizierst. Das heißt, du nimmst ganz viele verschiedene Hieroglyphen, Buch mit sieben Siegeln, was ja das Momonkan auch ist und gehst in die Philosophie rein, aber um über die Philosophie hinaus zu gehen. Das drückt ja Madhyamika aus. Also Geist ist Buddha steht da und dann ist wieder Buddha nicht Geist oder alles ist leer oder wie auch immer so. Das versucht man jetzt erlebbar zu machen. Interessant wird es ja ab Bodhidharma dann in deiner Ahnenfolge da auch. Und da habe ich nochmal nachgelesen, auch was wichtig ist, auch zu sehen, dass das aus der Historie so hervorgegangen ist, dass ja im, ich habe es mir irgendwo hier aufgeschrieben, innerhalb von fünf Jahren, das war 842 bis 845, da waren ungefähr 4.600 etablierte Klöster zerstört und irgendwie 40.000 Tempel. Also da war der Buddhismus sozusagen niedergeknüppelt und da gab es halt kleine Gruppierungen auch, die für sich noch im Verborgenen praktiziert haben, ohne diesen ganzen Schmus, den ja der Kaiser Wu sozusagen da etabliert hat vorher. Und daraus ist halt Zen-Buddhismus in seiner Prägnanz sozusagen eigentlich zur Blüte gekommen. Danach kam dann eben Omon und die ganzen großen Zen-Meisterin sei und so zur Blüte. Das war so bis ins Ende des 9. Jahrhunderts und so, da sieht man ja die ganzen Prohenspielen ja zu der Zeit. Das heißt, das hat sich da entwickelt aus der Geschichte auch heraus, dass die Leute nochmal neu anfangen konnten. Das ist vielleicht auch wichtig zu verstehen und dass sie den Kern der ganzen Sache eben gelebt haben. Das ist immer eine Riesenchance. Ja, es kommt was zur Blüte, dann verwelkt es wieder und dann ist ja, vorher Erntezeit und dann geht es wieder runter. man sieht doch immer Wellenbewegungen. Also, egal, was für eine Epoche du hast, du hast immer eine Blütezeit und eine Wellenbewegung. Da setzt eben Zen an, ja. Da setzt eben Zen-Buddhismus in China an. Also, so ein China der Tankzeit, da kommen wir ja gleich noch. Noch mal einmal kurz zurück zu den Indischen, bevor wir dann weiter, Bodhidharma und dann auch auf die ersten Patriarchen in China vielleicht gehen. Nagarjuna, der Mu hat es eben schon angesprochen, ist ja derjenige, der das Herz-Sutra wiedergefunden hat oder weiß man das, ob der Nagarjuna es selber geschrieben hat und nur behauptet hat, er hätte es in irgendeiner Schlangenhöhle gefunden und es würde auf Buddha selbst zurückgehen. Wisst ihr das? Habt ihr da eine Info zu? Also, ja. Bitte. Sprechen wir vom Herz-Sutra oder sprechen wir von den Weisheits-Sutren insgesamt? Insgesamt. Insgesamt. Von der Prajna-Paramita-Literatur, genau. Oder Prajna-Paramita-Sutra. Also, wenn man es ganz mystisch ausdrückt, könnte man ja sagen, Nagarjuna, kommt ja, der Name kommt ja von den Nagas. Das sind ja sozusagen die, man könnte sagen, Schlangenwassergeister, manchmal auch verehrt. In Thailand siehst du das ganz oft. Ja. Drachentempel, Schlangentempel und so. So, Nagarjuna wird manchmal dargestellt mit so auch Schlangen im Haar, wie so Medusa. Und die Tibete haben ja richtige, auch sogenannte, also Nagarjuna wird ja im tibetischen Buddhismus auch sehr verehrt. Und da gibt es ja auch die sogenannten Tertöns. Das sind die Leute, die die alten Schriften suchen, meistens im Traum und so weiter. Und dann die Termas sozusagen wieder, ja, aktivieren. Das ist so die Legende, ja, dass er sozusagen von den Nagas sozusagen wieder übermittelt bekommen hat, in tiefer, Empfang bekommen. In tiefer Verbindung, so. Wie das denn wirklich war, weiß ich nicht. PDFs gab es damals noch nicht. Weiß nicht. Also ich habe in dem, in dem Domolant, oder wie der heißt, der Domolant, der Heinrich, Geschichte des Zen-Buddhismus, stand es nämlich auch nicht klar drin, ob Nagarjuna jetzt diese Texte selber geschrieben hat und es so dargestellt wurde, was ja später in China auch oft noch passiert ist, dass irgendwelche Chinesen Texte geschrieben haben und dann gesagt haben, ja, aber das hat eigentlich ein ganz berühmter Inder geschrieben, weil das halt eben dann besser klang oder sich besser anhörte. Nagarjuna, es ging dann halt eben noch über ein paar indische Meister weiter, ob diese Linie es so gibt oder nicht gibt und kam dann zu, kam dann zu Bodhidharma, haben wir eben schon angesprochen, quasi derjenige, wohl glaube ich auch den meisten, die jetzt vielleicht das Video sehen, bekannt, der Inder, angeblich Brahman-Familie, Königssohn, ähnlich wie Buddha selber, der dann nach die gefährliche Überfahrt nach China unternommen hat und sich dort in der Nähe vom Shaolin-Kloster niedergelassen hat. Und das Faszinierende ist ja das, was der Moho eben gesagt hat, dass diese Legenden, obwohl sie nicht wahr sind, obwohl sie geschichtlich nicht nachweisbar sind, eigentlich der Punkt ist, auf den sich die Zen-Philosophie stützt oder sich selbst versteht, weil Bodhidharma lässt sich ja auch nicht geschichtlich nachweisen, dass diese Person tatsächlich existiert hat. Da gab es, glaube ich, in der Wissenschaft auch mal die Diskussion, ja, hat es den überhaupt gegeben? Und ich glaube, es zweifelt keiner daran, dass es den gegeben hat, aber er war bestimmt nicht der Typ, den wir aus den Legenden kennen. Neun Jahre vor der Wand sitzen und so, genau. Und da waren auch, da sind ja wenige Schriften, ein halbes Dutzend oder so, die ihm zugeschrieben werden, aber die stammen auch alle auch aus Jahrhunderten danach. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Kollege Ruike sich den Arm abgeschnitten hat im Schnee. Aber gut, dass wir so auf Rande. Wie soll das passieren? Und dass er ihn dann erst akzeptiert hat. Ja, genau. Genau, der Dumoulin, der schreibt ja, dass das aus irgendeinem zeitgenössischen Dokument hervorgeht. Offenbar, dass der unter Umständen tatsächlich einarmig war, aber schon bevor er den Bodhidharma traf, dass er auf der Reise von irgendwelchen Räubern den Arm abgeschlagen bekommen hat. Aber es ist bestimmt nicht so, dass der sich den Arm vor dem Bodhidharma abgeschlagen hat und vermutlich am Verbluten war und dann haben die sich dann noch über den Geist und den Geist zu unterhalten. Also sowas. Oder vielleicht noch mal kurz zurück zu deiner Frage mit den Nagarjuna. Da hat er das alles selber geschrieben. Also das ist ja zum Beispiel in der deutschen Malerei so, da wird ein Rehmbrand oder so gefunden und dann stellt man später fest, der stammt ja gar nicht vom Rehmbrand selber, sondern nur von einem Schüler. Weil die damals eben, das war halt die Werkstatt vom Rehmbrand und die Schüler haben alle so gemalt wie der Meister und wahrscheinlich waren die Bilder auch gar nicht signiert. Oder selbst wenn ein Schüler das für den Meister gemalt hat, er hat es mit Rehmbrand signiert. Und so ist das auch bei der Weisheit zudrinnen. Es gibt 600, das sind Wände. Und natürlich hat der Nagarjuna das nicht alles selber geschrieben, aber er war so der führende Kopf in dieser, das war ja eine ganze, wie sagt man sagen, eine philosophische Schule innerhalb des Buddhismus. Und er war einer der führenden Köpfe. Er war wahrscheinlich noch nicht mal der Erste, aber er war derjenige, der diese Schule geprägt hat. Und die Inder hatten offenbar da wenig Bedürfnis, auf alles, was sie geschrieben haben, sozusagen ihren Namen zu setzen. Und das findet man erst in China. Das, was weiß ich, Hokyo Sammai stammt von dem und dem. Und Sandokai stammt von dem und dem. Und das Shinjinme, das wird dem zugeschrieben. Bei den Indern, die fühlten sich alle als Schüler des Buddha. Das heißt, bei denen war das Bedürfnis eher zu sagen, das hat der Buddha so gesagt. Und das steht ja auch dann bei den ganzen Weisheit zudrinnen. So habe ich gehört. Also es wird so getan, als ob der Ananda das gehört hätte und dann vorträgt. Und das ist natürlich historisch auch falsch. Aber die Inder haben das halt so gemacht. Die haben halt gesagt, das ist das, was wir von unserem Meister, dem Shagyamuni, empfangen haben. Und jetzt im Nachhinein genau feststellen zu wollen, von wem denn jetzt wirklich was stammt, ist unmöglich. Und in meinen Videos über das Herz-Sutra habe ich ja auch relativ ausführlich erwähnt, es gibt eine holländische Budologin mit dem Namen Nathie, die vor ungefähr 30 Jahren die Hypothese gewagt hat, dass das Herz-Sutra, also nicht die Weisheit-Sutra überhaupt, sondern das Herz-Sutra, das wir im Zen gerne rezitieren, in China entstanden ist. Und dass der Sanskrit-Text, den es davon gibt, eine Rückübersetzung ist ins Indische. Also dass die Chinesen sozusagen diese 600 Bände, die sie ja unmöglich mitschleppen konnten, dass sie davon die Essenz haben wollten auf ihren Reisen. Und das war dann das Herz-Sutra. Und um dem Herz-Sutra ein bisschen Autorität zu verleihen, haben sie es dann zurückgeübersetzt ins Sanskrit. Und das Sanskrit, das wurde dann später noch ins Tibetisch übersetzt. Das ist eine These, die besonders hier in Japan eher kritisch bis überhaupt nicht beachtet wird. Aber die ich sehr überzeugend finde. Also wenn man sich das mal genau anguckt, und da gibt es auch viel im Internet über dieses Thema, das ist schon überzeugend, dass das Hanya-Shingyo, also das Herz-Sutra, ursprünglich gar nicht aus Indien stammt. Okay, wenn man die Zusammenfassung aus China kommt. Das Herz-Sutra wird ja, Dirk, im Rinzai-Sen genauso wie im Soto auch rezitiert. Ich glaube, ihr habt sogar bei der Morgenzeremonie dreimal hintereinander, ne? Dirk? Ja. Das Herz-Sutra ist das wichtigste Sutra überhaupt während des Seshins und während der Praxis. Das wird immer, also in der japanischen Sendung habe ich es erlebt, da ist es so, da rezitierst du in der Sendung eigentlich nicht, sondern in der Hondo. Aber was in der Sendung rezitiert wird, ist tatsächlich das Hanya-Shingyo, ja, und noch zwei andere kleine, aber sonst, und deswegen ist es auch am wichtigsten, ja, das wird beim Essen rezitiert, auch vor dem Vortrag, morgens und abends und meistens dreimal hintereinander. Genau, ja, das kennen wir nur von der Kito-Zeremonie, kenne ich es im Soto, dass da dieses dreimal hintereinander mit steigendem Tempo, mit der Trommel dabei und das richtig Wumms dann auch mit reingebracht wird. Genau. Ja, Bodhidharma, die Geschichte mit Bodhidharma, da kommt halt der Schüler an und sagt, hier, Meister, mein Geist ist so in Unruhe, bitte befriedige ihn für mich oder beruhige ihn. Und Bodhidharma sagt, gib mir deinen Geist, zeig ihn mir, leg ihn mir in die Hand. Und der Eker sagt, ja, ich kann ihn aber nicht finden. Und Bodhidharma sagt, dann habe ich ihn dir auch schon befriedet. Das ist ja, diese Geschichte ist ja, glaube ich, in irgendeiner Koansammlung ist das, glaube ich, auch eines der Koan, oder, Dirk? Das ist Higigan-Rokku-Fall 1. Ah, okay. Das ist der erste Fall in Higigan-Rokku, ja. Ja. Genau. Der kommt und sagt eben, ich bin so durch den Wind, ich habe jetzt die ganze Zeit gesucht, kannst du mir helfen? So willst du der Meister. Der Meister sagt, ja, ich helfe dir. Das mache ich für dich. Bring mir einfach deinen Geist, zeig ihn mir und dann werde ich das für dich machen. Also die Suche davor ist entscheidend, ja. Also das ist mal so leicht gesagt, so, aber eben die Intention der Suche da, wirklich zu suchen, ist mein Geist. Naja. Ich bin nicht dem. Ja, vom Bodhidharma aus geht es dann im Grunde in China los, wo jetzt erstmalig dann auch in diesem Buch Geschichte des Zen-Buddhismus dann erstmalig auch mit Jahreszahlen gearbeitet wird und erstmalig auch Dokumente angeführt werden, wie Grabsteininschriften und so weiter, wo auch, wie der Mu eben gesagt hat, den Indern war das eigentlich gar nicht so wichtig, so diese Ahnenfolge. Und die Chinesen haben dann halt angefangen, der ein oder andere halt eben auch diese Ahnenfolge irgendwie aufzuschreiben. Und da gibt es halt eben sehr alte Dokumente, wo dann die Namen insbesondere der chinesischen Patriarchen nach Bodhidharma drin sind, wobei es da auch teilweise unterschiedliche Dokumente gibt, die einen lassen. Ich glaube, den Sosan oder den Doshin, der taucht nicht auf, während in einem anderen Dokument die wiederum durchaus auch auftauchen. Und einer der ältesten Texte, die im Sotosen rezitiert werden, das Xin Xin Mei, die Inschrift vom Vertrauen in den Geist, ist vom dritten Patriarchen von dem Sosan bis 606 gelebt, aber man weiß nicht so genau, wann er geboren wurde. Das ist ja jetzt ein Text, der vor der Spaltung der Linien stattgefunden hat. Ist der im Rinzai-Sen auch bekannt, Dirk, das Xin Xin Mei, also dass es rezitiert wird, beschrieben wird oder ähnliches? Das ist ja so mit der, soweit ich das in Erinnerung habe, ich will nichts Falsches sagen, aber mit der älteste Zen-Text, der so bekannt ist. Sehr berührend. Aber ist das, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das nicht auch eine nachträgliche Zuschreibung ist an den Sosan. Wenn ich mich nicht total jetzt irre, haben glaube ich auch Textstudien ans Licht gebracht, dass das auch aus einem ganz anderen Zeitalter stammen muss. Okay. Also diese, es gibt schon einige frühe Schriften, aber das Xin Xin Mei, das ist ja auch sehr poliert, sehr in Form gebracht. Und das deutet eigentlich darauf hin, dass das aus einer späteren Zeit kommt. Also auch wenn man sich die Koans anguckt, wenn man so, an der frühesten Stelle sind diese Koans auch noch nicht so poliert, wie sie dann später im Umongkan und im Hekigan-Loku oder Bankesan im Denko-Loku sind. Und das Xin Xin Mei, das ist schon sehr, sehr schön. Wie ist da so alles, fast schon dialektisch. Der große Weg ist nicht schwer, du musst nur vom Wählen loslassen und so weiter und so weiter und wie das wieder wiederholt wird. Also es ist natürlich richtig, dass es dem Sosan, wenn es nicht der Doshin war, aber wenn das Sosan steht, dann war es wahrscheinlich, dem wird es zugeschrieben. Aber ich schätze mal, dass das die Nachwelt war. Die es ihm dann angedichtet hat. Ja. Weiter geht es dann bis zum fünften, bis zum Konin, beziehungsweise Hongren, wenn ich ihn richtig ausspreche. Und da findet ja das erste Mal so eine gewisse Spaltung statt, diese berühmte Geschichte mit den beiden Gedichten. Hui Neng auf der einen Seite der Küchenjunge und Holzfäller, der weder lesen noch schreiben kann, was ihm der Legende nach angedichtet wurde. Und auf der anderen Seite der Jinshu, der Obermönch des Klosters beim Konin, der dann das Gedicht verfasst hat, der Körper ist der Bodibaum oder so ähnlich. Genau. Wobei, wenn wir jetzt von Spaltung sprechen, es ist wichtig, sich zu vergewertigen, dass zu der Zeit gab es noch keine Zen-Schule in China. Gut, wir sagen immer, der Bodhidharma hat das Zen von Indien nach China gebracht und dann wurde es von Mann zu Mann sechs Generationen weiter gegeben. Aber damals, es gab Klöster, aber es gab nicht hier ein Zen-Kloster und da ein Tendai-Kloster und hier ein esoterisches Kloster, sondern alle Mönche waren zusammen. Mal wieder Beispiel Philosophie an der Uni. Es gibt ja nicht eine Heidegger-Uni und dann eine Wittgenstein-Uni, sondern du gehst hier und da und dann studierst du alles Mögliche zusammen. Und erst später wurde das dann sozusagen gesagt, ja, an dem Punkt haben wir uns geteilt. Aber die Zen-Mönche zu dem Zeitpunkt, die lebten mit anderen Mönchen zusammen in buddhistischen Klöstern, die kein Etikett trugen und verstanden sich vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht als hier, ich bin Zen und du bist was weiß ich was. Ich glaube, das war alles noch sehr viel flüssiger zu dem Zeitpunkt. Ja, das scheint ein Merkmal unserer heutigen Zeit zu sein, dass diese Trennung tatsächlich immer wieder auch hervorgehoben wird und die Rinzer-Leute da und die Soto-Leute da und die sitzen ja nur vor der Wand und die arbeiten nur mit Koan und dabei, so wie du eben schon gesagt hast, Dogen hat genauso mit Koan-Praxis gearbeitet und bezogen auf Dogen kommen wir ja gleich noch zu einer Geschichte, die mich einfach auch berührt hat, als ich die gelesen habe auf dieser Seite, die du uns auch weitergeschickt hast, Mo. Letztendlich zu diesem Vorfall mit den beiden Schülern von Koan-Praxis auch diese Bezeichnung Nordschule-Südschule oder diese Denunzierung, das muss wohl auch von einem Schüler von Hui Neng, der dann, um seine eigene Schule hervorzuheben, hat er quasi die Nordschule diesen Namen gegeben, hat gesagt, hey, die machen was ganz anderes und die machen eh falsch und wir haben ja die Schale und das Gewand und da muss wohl auch, ja, Krieg und er muss wohl Böse gegen den Jinshu und die Nordschule hergezogen haben, das, was der Dumoulin in seinem Buch reinschreibt, ja. Wobei es unabhängig davon die Nordschule oder diesen Zweig dann der, 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 der buddhistischen Richtung, der auch irgendwie zwei, drei, vierhundert Jahre später auch ausgestorben ist, da gab es keine Weiterführung der Linie, deswegen hier in der Grafik so ein bisschen grau, grau gemacht. Der zweite Schüler... Genau, die Nordschule für uns vielleicht heute noch wichtig, es gibt ja die berühmten Zehn-Ochsen-Bilder und da heißt das, dass die aus der Nordschule ursprünglich stammen. Also insofern hat die Nordschule auch heute noch einen gewissen Einfluss auf unser Sinn, insofern, als wir zum Beispiel diese Zehn-Ochsen-Bilder gerne lesen. Ja, genau, das ist ja der Punkt, den dann auch der Schüler von Huy-Neng, der, nee, Jinshu war ja er, der Schüler von Huy-Neng angegriffen hat. Die Nordschule würde ja so ein allmähliches, nämlich Zehn-Ochsen-Bilder entspricht dem ja dann auch, so es gibt ein allmähliches und die Südschule würde dieses plötzliche lehren, wobei ich auch glaube, dass das tatsächlich nicht durch die Meister, nicht durch Huy-Neng oder Jinshu, sondern tatsächlich dann durch die Schüler hervorgehoben wurde und immer wieder rausposaunt wurde um ihre eigene Stellung als Schule. Das gab es ja in China auch sehr stark. Das hatten ja die Kampfkunstschulen, glaube ich, auch, dass die sich so gegen andere dann behauptet haben oder behaupten mussten. Aber mit den Ochsenbildern, dass die zur Nordschule gehören, das wusste ich auch noch nicht. Ja, so genau weiß man das, glaube ich, auch nicht. Aber sie gehören, also ich meine, beim Dogen findest du die nicht. Und wann sind die im Rinzai aufgekommen? Also es ist nichts, was du im alten Rinzai, im chinesischen Rinzai-Sen erwähnt findest und auch nicht im Soto-Sinn, sondern erst was, was später entdeckt. Na, entdeckt ist jetzt auch falsch. Aber ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wer das wo schreibt, aber ich habe das irgendwo gelesen, dass die Bilder ursprünglich, glaube ich, aus der Nordschule kommen. Beziehungsweise es gibt ja die sogenannte Ochsenkopf-Schule, die sich nach dem vierten Patriarch abgespaltet haben soll, die man auch nur selten erwähnt findet, aber die auch manchmal in diesem Zusammenhang dann erwähnt wird. Ochsenkopf, also das ist der Name des Berges. Also es gab dann offenbar schon nach dem vierten Patriarchen da so eine Linie, die sich abgespaltet hat, von der man dann aber hinterher auch nur noch sehr, sehr wenig gehört hat. Ja, auf der anderen Seite gab es dann den durchaus berühmten Huining, wobei genau auch hier, so wie du eben gesagt hast, Mo, letztendlich die nachfolgenden Generationen dem Huining halt einfach ganz viel angedichtet haben an Legenden und so weiter, um ihn emporzuheben und damit sich selber als siebter Patriarch entsprechend auch wieder hervorzuheben. Huining, der Küchenjunge, der im Kloster von dem Hongren drin war und immer irgendwo hinten Reißstampfen war, bis er dann das Gedicht von dem anderen gehört hat, angeblich der Legende nach und dann irgendeinem Offizier gesagt hat, ja, finde ich ganz gut das Gedicht, aber knall mal mein Gedicht, sprühen wir hier mit Graffiti mal an die Klosterwand das andere Gedicht und dann hat ihn ja der Hongren irgendwie mitten in der Nacht dann über den Fluss und hat ihm gesagt, geh lieber weg, sonst wirst du vom Mob gelünscht. Genau, das war der Huining und Gründung dann der Südschule. Wobei, das habe ich in dem Demolon gelesen, Südschule und Nordschule bezog sich ja nicht auf etwas Geografisches. Also es war nicht, man konnte Schiene in der Mitte teilen und hier war Süden, da war Norden und da waren diese Schulen vertreten, sondern es war einfach ein Vokabular, was man verwendet hat, unabhängig der geografischen Zuordnung. Wisst ihr, warum das Plattform-Sutra von Huiningen Plattform-Sutra heißt? Plattform ist, glaube ich, dieser erhöhte Sitz, habe ich irgendwo mal gelesen. Ja, Huiningen war angeblich sehr klein. War sehr klein und musste immer auf so einer großen Fläche stehen, damit man ihn sieht. Und da hat er endlich das verkündet. Ja. Wobei ich glaube, man kann sich das bei Wikipedia durchlesen, gelesen habe, dass auch das Plattform-Sutra von der Ochsenkopf-Schule beeinflusst worden sein soll. Beziehungsweise Dogen sagt ja, das Plattform-Sutra ist eine Fälschung, weil er da glaubt, der Enno, der Huiningen, hätte das so nie geschrieben. Aber auch historisch kann man sich halt auch beim Plattform-Sutra nicht total sicher sein, dass dieser Holzhacker das tatsächlich so geschrieben hat oder ebenso wie Rembrandt auch. Das haben die Schüler halt noch weitergeschrieben sozusagen für den Meister. Also ich fasse mal zusammen. Jeder hat von jedem abgeschrieben und diese ganze Linie ist eigentlich nicht vertrauenswürdig. Null. Ich habe eben auch schon den Titel von Kodo Sawakis Buch Zen ist die größte Lüge aller Zeiten. Den hatte ich eben auch schon mal im Kopf. Ja, man könnte auch positiv sagen, das war halt Teamarbeit. Die hatten das halt nicht so wie wir heute. Das kommt von mir. Ich habe da jetzt ein Copyright drauf und jeder, der das von mir klaut, den verklage ich. Sondern die hatten halt eher das Gefühl, ja, wir sitzen halt gemeinsam in diesem Boot. Und wer jetzt da am meisten gerudert hat, das spielt eigentlich keine Rolle. Jeder gibt da seins. Und dann geben wir halt dem Bootsmann, dem Kapitän, der ganz vorne sitzt, die Ehre. Aber da haben andere, glaube ich, auch dran mitgearbeitet. Im wahrsten Sinne des Wortes wechselseitige Abhängigkeit, ja. Genau, genau. Ja, woher kommt es, ja. Ich meine, die geflüsterten Weisheiten, die wir so verkünden, die sind ja auch nicht auf unseren Mist gewachsen, ja. Natürlich noch. Jedes Wort, was du jeden Tag sagst, ja. So. Genau. Gehört nicht dir, ja, genau. Ja, Hui Ning, trotzdem eine zentrale Persönlichkeit, wenn auch im Nachhinein vielleicht dazu gemacht. Ich glaube, zu seiner Zeit war er relativ unbekannt und war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, oh, da ist der große Hui Ning. Das wurde alles im Grunde dann erst in den Generationen danach zugedichtet. Wobei ich hier vielleicht, bevor wir in diese Trennung der beiden Hauptlinien reingehen, ich habe den Yoka Gengaku noch mit hinzugefügt, auch wenn nach ihm keine weitere Linie entstanden ist. Der ist aber auch von dem Hui Ning, also Gengaku war derjenige, der durch das Studium von Wimalakirti-Sutra Erwachen verwirklicht hat und hat keine Bestätigung dafür bekommen, ist dann aber wohl zum Hui Ning gegangen, hat eine Nacht dort verbracht, ein kurzer Austausch zwischen den beiden und ist danach wieder weitergezogen. Man weiß letztendlich nicht großartig viel über ihn, aber auch von ihm einer der älteren Texte, wenn er den denn überhaupt geschrieben hat, Shodoka Satori, hier und jetzt. Ist das ein Text, der im Rinzai auch geläufig ist? Dirk, Shodoka? Also das sagt mir jetzt nichts, glaube ich, aber das liegt jetzt, glaube ich, nicht am Rinzai, sondern eher in meiner Unwissenheit. Ich glaube, im Rinzai gehört das auch schon dazu. Also der einzige Text, der mir jetzt einfällt, der im Soto sehr viel Bedeutung hat und im Rinzai praktisch keine, ist das Sando-Kai. Aber Hokkyo, Sammai, Shinjinmei, Shodoka sind auch im Rinzai total wichtig. Das sind so die Standard in China entstandenen Texte, auf die man sich stützt. Und ich persönlich mag diese Shodoka sehr viel lieber als das Shinjinmei, weil es eben noch nicht so poliert ist. Also in dem Shodoka, da fühle ich auch noch, da liest man zwischen den Zeilen so diesen Kampf, den es offenbar zu der Zeit gab, auch um die eigene Identität als Zen-Schule. Und diese Kritik, die die wahrscheinlich von außen bekommen haben. Also bei dem Shodoka, da könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich ein sehr, sehr alter, zu sehr früher Zeit schon entstandener Text ist. Und für mein Gefühl, Shinjinmei kommt historisch eher dahinter. Das ist schon sehr schön poliert. Und ja, Shodoka, das ist der Text, der beginnt, mein lieber Freund, siehst du da den Menschen, der aufgehört hat zu suchen und zu tun und zu machen und sich vom Leben tragen lässt oder so ähnlich. Ja, genau. Ja, ich habe den, ich habe den insbesondere reingenommen, einfach weil das einer der wesentlichen Texte ist, die zumindest in der Tradition, die ich kennengelernt habe, tatsächlich auf Sechin dann auch morgens zusammen mit dem Herzsutra rezitiert wird. Das Herzsutra ist im Grunde jeden Morgen dabei und abwechselnd mal das Shodoka, mal das Shinjinmei, nee, das Shinjinmei haben wir, glaube ich, nicht, weil das relativ lang ist, haben wir, glaube ich, nicht so als Text mit drin. Aber das Sandokai und auch das Hokio-Sanmai wird dann im Wechsel mit dem Shodoka rezitiert. Ja, der Übernachtungsgast, der nur eine Nacht bei Hui Neng war, letztendlich von ihm die Dama-Übertragung der Legende nach oder der Geschichte nach bekommen hat, aber nicht weitere Erwähnung gefunden hat, also wiederum selber nicht irgendwie einen neuen Linienzweig gegründet hat. Im Gegensatz zu diesen beiden großen, und hier fängt jetzt schon langsam auch die Geschichten, insbesondere aus dem Rinzai, die Koan-Praxis an oder die Koans, die ersten entstehen, gerade was dann Basso angeht oder dann später Hiyakujo oder Obaku. Das sind ja Namen, die dann auch im Rinzai durchaus geläufig sind. Wollen wir dazu erst mal starten? Der Typ meist Jakujo, nicht Hyakujo. Ach so, Jakujo, Jakujo. Ja. Ja, Basso, hier Matsu Daiyui, Basso, das war halt eine ganz besondere Person, der hatte wohl 139 Nachfolger. Das war letztendlich auch die, naja, die Inspiration, die du bei Rinzai ja dann halt wirklich dann findest, ja. Also das war wohl der, man hat gesagt, wenn der geschrieben hat, dann waren deine Ohren drei Tage lang taub. Das ist so, wird der Legende nachgesagt. Und der war dafür bekannt, dass er eben gestoßen und geschlagen und beschrieben hat so. Aber auch ein paar kluge Sachen gesagt, zum Beispiel dieser Geist ist Buddha. Ja, das ist auch kurz zum Zünftchen. War Basso auch der mit dem Ziegel polieren? Saß der Basso irgendwie im Garten und Nangaku kam vorbei und fragte den Basso, was treibst du da? War das so? Ja, ja. Ja. Genau. Wo er dann sagt hier, ich versuche daraus einen Spiegel zu machen, ja? Nee, ich versuche Buddha zu werden. Und Nangaku fängt an, diesen Ziegel irgendwie an einem Felsen zu reiben. Das gibt ganz böse Geräusche. Und der Basso sagt hier, was treibst denn du da? Und der will aus dem Ziegel den Spiegel machen, genau. Also ich habe noch im Ohr das Basso. Ich will jetzt aber nichts Falsches sagen, aber das ist das, was ich gehört habe, obwohl auch der Pferdegesichtige genannt wurde. Basso. Weil er wohl so aussah wie ein Pferd. Also ziemlich große Lippen, manchmal wird er auch so dargestellt. Und so ein eindrückliches Äußeres. Ich glaube, der hat ziemlich Angst und Schrecken verbreitet unter seinen Lakaien da. Das ist zumindest die Bedeutung der Schriftzeichen, mit denen man Basso schreibt. Also war es das Pferd und so ist der Ahne. Wobei ich davon ausgegangen war, dass das der Name von dem Berg ist. Aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass er so aussah und dass es so ein Spitzname war. Der Pferdeahne. Von dem gibt es auch ein relativ bekanntes, zumindest in Japan bekanntes Traktat. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Wobei es natürlich auch sein kann, dass das ihm nur zugeschrieben wird. Aber er hat auch tatsächlich Schriften hinterlassen, die auch heute noch studiert werden, zumindest von Buddhologen. Allgemein, Dirk, im Rinzai-Sen, also wir haben jetzt eben die Texte hier, Shodoka, Shinshinmei und so weiter, die halt morgens auch rezitiert werden. Das gibt es dann ab Basso und so in der Rinzai-Tradition weniger. Da ist diese Koan-Praxis und mit denen, mit diesen Texten, mit diesen Geschichten wird gearbeitet. Aber dass es so diese Texte gibt, wie dann Rokyo Sanmai und so weiter, werden die im Rinzai auch erörtert oder studiert, kommentiert und so weiter? Was meinst du jetzt? Gibt es sowas von berühmten Rinzai-Meistern? Die Schriften von denen, oder? Ja. Ja, also das Rinzai-Roku wird ja als Koan-Praxis bearbeitet, komplett. Genau. Wobei du dann auch wirklich die Koans aus dem Rinzai-Roku, aus dem ganzen Buch selber raussuchen musst. Das ist schon das erste Koan. Also die stehen da gar nicht nummeriert drin, sondern ich musste die dann selber suchen. Welches Koan kommt jetzt als nächstes und dann so, ja genau. Also Rinzai-Roku ist halt. Und dann natürlich die ganzen Koans, in denen die halt auftauchen. Das sind ja auch immer Abhandlungen, teilweise ziemlich lange. Und dann kannst du halt dazu nachschlagen und dich über die Leute informieren. Wobei es da weniger um die Geschichtszahlen natürlich geht, um das Leben, sondern man sagt immer dann während der Koan-Praxis, du musst zum Meister Basso werden. Oder du musst zum Rinzai werden. Und das ist denn keine Theorie oder so ein Theaterstück oder so, sondern das ist wirklich so, dass du in die Erfahrungsebene eintauchst. Also sprich, es geht ja darum, während der Schulung zuerst die Leerheit bei sich selber zu erkennen, die Leerheit der Dinge zu erkennen, die Leerheit im Gegenüber zu erkennen und dann aus der Leerheit heraus sozusagen auch die Weisheit der Meister zu beleuchten, sondern beziehungsweise wirklich in die Erfahrungsebene einzudringen. Und die Hauptschulung besteht schon darin, von seiner eigenen Person erstmal völlig Abstand zu nehmen, sich zu entledigen und dann natürlich auch die Persönlichkeiten so zu verkörpern, dass es zur lebendigen Erfahrung wird. Und in der Resonanz zu den verschiedenen Personen, die da alle verzeichnet sind, entdeckst du auch die Resonanz zu deiner eigenen Person, wieder zu dem individuellen Thorsten oder Dirk und so. Und so kreiert sich sozusagen unter dem Kompressionsprozess, kreiert sich deine Originalität im Idealfall. Also du, wie sagt man, im Schamanismus, jetzt mal spirituell ausgedrückt, du erlebst die von innen her. Und eine scheinbar theoretische Erfahrung, die du machst, wenn du dich zum Beispiel mit Rinseibe gibst, wird dann zur eigenen Erfahrung. Das ist vielleicht die spirituelle Herangehensweise so. Also da werden weniger die Texte an sich, der Sinngehalt der Texte reflektiert als der Meister in seiner Art und Weise, wie er jetzt hier leben würde. Also meine, die Frage war immer, wo ist jetzt Rinseibe? Wo ist jetzt Obaku? Wo ist er? Wenn er nicht wacht! So, du musst da sein, du musst es sein. Ja. Ja, hast du noch was zu den, hier jetzt, ich habe einige Rinzai-Meister, die insbesondere auch in den Koans vorkommen. Gutei, Nansen, Yoshu. Willst du uns dazu noch eine Geschichte präsentieren? Also, ja, klar. Also, Gutei ist ja der mit dem einen Finger. So, der hat immer einen Finger gehoben. Also, der hat nichts anderes gemacht, als diesen Finger eben. So, keine großen Erklärungen, immer wenn er gefragt wurde, was denn ist der eine Finger halt. Also, die Koans kann man ja nachlesen. Aber die hatten alle ihre Besonderheiten. Zum Beispiel Joshu, das war ein Typ, im Gegensatz zur Rinzai, so wird es eben so auch beschrieben. Das ist ja belegt, wann der gelebt hat. Der ist ja ziemlich alt geworden. Und der ist dann wohl ein leiser Typ. Der hat meistens auch wohl nur geflüstert und war ziemlich, wenn er gefragt hat, ein Hund, die Buddha-Natur, oder eben den Finger, und so hat jeder seine, sich sozusagen auch, ja, als seine Freiheit verkörpern. Und mein Lehrer hat immer gesagt, Meisterschaft macht nicht aus, dass du ziemlich viel weißt, sondern gut, der hat einen Finger gehoben, der war der Meister im Fingerheben, ja. Weiß ich nicht. Vielleicht wirst du, Thorsten, irgendwann der Meister im Arm heben. Keine Ahnung. Aber die Ausschließlichkeit muss eindrucksvoll gewesen sein. Du gehst da hin in so einen heiligen Tempel und der Meister kommt rein, alle warten und erhebt seinen Finger. Ich habe das bei Euroshi erlebt, im Hoku-Gi, der kam rein, alle Mönche haben den sozusagen da hingegleitet und der hat da drei Sampais gemacht. Da sind dir die Tränen gelaufen. Da hast du gemerkt, das ist ja nichts anderes gemacht, als da im Kloster zu dienen, bis zu seinem 104. Lebensjahr. Also, ja, was macht Meister aus, ja. Das ist ja die Frage überhaupt. Ich meine, den Ort hier habe ich ja Wolkentor genannt, nach Meister Omon, so. Das ist ja der, der im Omon-Kahn und im Higi-Gan-Rokko am meisten vorkommt, ja. Der hat das im Prinzip eingefärbt, die ganze Zusammenarbeit. Genau, wir können ja mal auf die andere Seite, das fand ich interessant, der Omon, den du gerade ansprichst, der kommt ja insbesondere im Rinzai vor, entstand aber wiederum im Grunde hier aus der, wobei Soto spricht man ja erst hier seit dem Tosan von, aber von dem, der angeblich das Sandokai geschrieben hat, Sekito Kisen, Durchdringung von Essenz und Erscheinung, der hat wiederum einen Linienzweig gehabt, der dann mit Omon oder ein, zwei Generationen nach Omon geendet hat. Genau. Genau. Also, es kommt Toxan, ich weiß nicht, den chinesischen Begriff, Toxan ist ja der mit seinen Schalen, ist vielleicht auch bekannt und dann kommt Seppo, hier ist er, Seppo und dann kommt Omon. So. Und die tauchen auch alle im Omon-Kahn auf. Also, Toxan heißt ja, berichtige mich bitte, aber der Tugendhafte, kann das sein? So habe ich das jedenfalls gelernt, Toxan. Ja, der Tugendberg. Ja. Also, San ist, glaube ich, der Berg und Toxan ist die Tugend. Genau. Der war ja ziemlich, ja, hat auch die Prinzipien und die, ja, die Regeln und so ziemlich befolgt. und dann gibt es ja dieses Koan, wo er auf Seppo trifft, also seinen Schüler letztendlich. Also, der Meister kommt zum Essen oder will essen gehen, ja, ritualisiert, Kloster, klar, geht zum Essen mit seinen Schalen und Seppo ist dann in der Küche eingeteilt und sagt, hier, Meister, die Glocke hat noch nicht geschlagen, die Trommel wurde noch nicht, hat noch nicht ertönt, du bist zu früh zum Essen. So, und dann geht der Toxan einfach wieder zurück zu seinem Zimmer und wartet da. Und da wird ja so ein Koan kreiert dann, dass der Seppo dann eben zu dem Vorsteher geht und sagt, hier, der Meister, der ist zu früh zum Essen gekommen und der sagt, denn das letzte Zen-Wort hat er noch nicht. Er ist zwar sehr berühmt und so, das letzte Zen-Wort hat er noch nicht. Also, das ist so die, die Historie hinter dem Koan. Und dann geht es eben weiter mit Seppo zu Omon. So, und da gibt es eben mehrere Koans auch. Was ist so, was ist, was fällt dir als erstes Koan, als erste Geschichte zu Omon ein? Ja, Omon zum Beispiel taucht auf, als Toxan zu Omon geht. Da gibt es ein Koan, Omon 60 Schläge. Ja, und Omon, das ist ganz interessant, da gibt es ja dieses Omon Roku, also die Worte vom Wolkentorberg, der hat in China halt gelebt, auf dem Wolkentorberg. So, danach wurde er benannt, wie viele andere Zen-Meister eben auch nach den Orten benannt worden. Und da gibt es einen japanischen Buddhismusforscher, 1924 war das, glaube ich, und der ist da zum Wolkentorberg in dieses Kloster gegangen, weil er ein paar Geschichten davon gehört hat, und hat da noch einen Mönch entdeckt und eine Ruine von so einem Tempel. Und das war ein ganz bekanntes Kloster, von dem aber keiner mehr wusste, wo tausende von Mönchen gelebt haben. Also in den Geschichten steht immer drin, dass nie weniger als 500 Mönche da waren. Und auch der Mönch, der da war, wusste gar nicht, wer der Kurs der da war, so beschreibt der Japaner da das, der Forscher. Und da gab es noch zwei Steintafeln, die lagen da so im Dreck, ziemlich verwachsen, und daraus sind so die Kohans entstanden, weil die Sachen, die da eingemeistert wurden, die wurden wohl 15 Jahre nach dem Tod des Meisters aufgezeichnet. Es gab dann noch die Mumie, die da entdeckt wurde. Also wenn man da hinfährt, der sitzt immer noch sozusagen da aufrecht. Auch eine ganz spannende Geschichte, dass der sozusagen beerdigt wurde. Und dann ist er einem Beamten da in der Provinz im Traum erschienen, der Legende nach. Und im Traum hat er gesagt, ich meine, dass der Sarg wieder geöffnet werden sollte. Und als sie den geöffnet haben, war der Meister nicht verwest. Das ist ihm plötzlich die Legende. Und seitdem sitzt er noch da. Und eben aus diesen Steinkafeln sind dann die Kohans entstanden und die Lebensgeschichte nachgezeichnet worden. Und dann wurde das Kloster wie neu aufgebaut. Und dann gibt es noch, also ich meine, schlag das Mumonkan auf und du siehst überall Umon, Umon, Umon. Meister Wolkenfrau. Und der hat mich so inspiriert und deswegen habe ich den Ort hier auch so genannt, weil der für mich so ein bisschen von außen betrachtet so eine Art von völlig neben der Spur. Also wenn du das liest, denkst du, der hat ein Rad ab, was der manchmal so sagt. Und andererseits sehr bewandert und trotzdem genau treffen. Das ist immer so das Besondere, dass du denkst von außen, das ist ja völlig abstrus oder hat überhaupt keine Logik in sich. Das ist nur dazu da, um die Leute zu erschüttern oder die Schüler aus dem Denken auszubringen. Und trotzdem ist damit eine totale Treffsicherheit verbunden und auch eine sehr tiefe Intellektualität so. Wenn wir hier nochmal hochgehen, Hui Neng und die zwei Linien, die sich dann, oder die beiden Hauptlinien, die sich zu der Tankzeit dann ergeben haben, auf der einen Seite Segen Giyoshi, auf der anderen Seite Wir haben jetzt eben schon so ein bisschen den Basso und so die Anfänge des Rinsai oder die in dieser zweiten Hauptlinie angesprochen. Auf der anderen Seite Sekito Kisen, Yaku-san, Igen und Ungan Donjo relativ unbekannt. Also von denen hat man nicht jetzt irgendwas gelesen oder an Texten oder Ähnlichem, bis es dann in der ersten Hauptlinie zu Tosan Ryukai kam, der gemeinsam mit seinem wichtigsten Schüler, dem Sosan, quasi die Soto-Linie gegründet hat, die Shao Dong Schule. Muo, du hast eben gesagt, eigentlich in Indien und auch zu Beginn nach Bodhidharma, da haben sich die Praktizieren noch gar nicht als Chan- oder Zen-Schule verstanden, sondern es war einfach eine buddhistische Schule, die sich mit der Meditationspraxis insbesondere auseinandergesetzt hat und hier jetzt ab diesem Augenblick auf der anderen Seite Rinzai, auf hier der Seite, auf der linken Seite Tosan, die beiden, die dann quasi angefangen haben, das daraus tatsächlich eine Schule und dem Ding einen eigenen Namen zu geben. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass so ab dem sechsten Patriarchen das so ein bisschen eine Form annahm. Wann die dann, das findet man glaube ich auch bei Dumont, wann es dann tatsächlich auch Zen-Tempel gab, die sich ausschließlich der Zen-Praxis widmeten. Aber was man jetzt vielleicht erwähnen könnte, du sprichst von diesen zwei Hauptlinien. Also in China spricht man ja immer von den fünf Häusern. Also die eine Zen-Schule und die fünf Häuser, das sind zum einen Rinza und Soto, was wir dann noch heute haben. Dann gibt es die Unmon-Schule, auf japanisch ausgesprochen, also die Wolken-Tor-Schule vom Unmon. Und es gibt noch zwei andere, Hogen und Igio, die auch dann ausgestorben sind nach einigen Generationen, die man dann aber auch in Numongan oder Hekigan-Lokko findet. Also es ist ja nicht so, dass Numongan und Hekigan-Lokko, dass es Rin sei, deshalb gibt es dann nur Rin sei Meister, sondern da tauchen auch Soto-Meister auf. Also es gibt diese fünf Schulen, die sich um diese Zeit dann jeweils so ein bisschen abgespalten haben und Rin sei, das war halt der, der immer mit der Faust da war. Und Unmon ist glaube ich auch berühmt dafür, dass er oft immer nur ein Wort gesagt hat, alles in ein Wort. Hogen und Igio von der einen Schule heißt es, dass es da so ist, als ob der Meister und der Schüler zusammen im Japanisch sagt man Kotatsu, also im Winter, da gibt es diese Tische, die von unten geheizt wird und da ist die ganze Familie, steckt da die Füße in den Kotatsu. Und ich glaube, das ist das Besondere an entweder Hogen oder Igio-Schule, dass da eben nicht so dieses Aufeinandertreffen ist, sondern eher der Meister und der Schüler, die da gemeinsam sozusagen ihre Füße unter den Tisch stecken. Aber wie gesagt, die beiden Schulen beziehungsweise die drei Schulen mit dem Unmon dazu, die gibt es nicht mehr. und bei Soto gibt es verschiedene Theorien, warum man das überhaupt Soto nennen, aber ich glaube, die Überzeugendste ist, was du gerade gesagt hast, dass das So von dem Schüler und das To vom Lehrer zusammen So-To macht. Wobei es dann ein bisschen überraschend ist, dass der Schüler dann an den Kopf gesetzt wird und dass der Meister To ist. Und das andere Problem ist, dass der Sosan ja eigentlich gar nicht mehr Teil der Linie ist, die dann überlebt hat. Aber es gibt sonst eigentlich keine guten Erklärungen für das Soto. Ja, ja, ganz genau. Deswegen habe ich es hier mit einem separaten Pfeil markiert. Der Sosan war zwar Schüler vom To-San, aber nicht derjenige in der Linienweitergabe, sondern das ist dann von To-San im Grunde hier dann direkt weitergegeben worden an den Ungo Dojo, dann einige mehr oder weniger unbekannte Persönlichkeiten, auf jeden Fall, was meinen Kenntnisstand angeht. Und dann finde ich auch ganz interessant, Tanka Shishun, der dann an den Wanshi es auf der einen Seite weitergegeben hat, wobei Wanshi auch so für sich alleine steht auch nach ihm ging es nicht weiter, wobei sein Buch Kultivieren des leeren Feldes im Grunde auch eine Schatzkammer an Koan Aussprüchen ist. Kennst du das, Dirk? Der muss husten, okay. Beziehungsweise was der Dirk vielleicht eher kennt, ist das Shoujo Loku. Also es gibt ja auch im Soto Koan Sammlung, also das Denko Loku natürlich, aber auch der Wanshi, der hat das das Shoujo Loku, eine Sammlung von 100 Koans zusammengestellt. Und es gibt dieses längere Gedicht, das der Dogen Senji im Sazen Shin zitiert, eine Nadel für Sazen und dann seine eigene Version dazu dann noch veröffentlicht. Was hier vielleicht noch ganz interessant ist, drei Generationen vor dem Wanshi, da ist ja, du schreibst Taiyo Kegen auf Japanisch, ich kenne ihn eher als Kyogen, aber das ist nicht so wichtig, also das ist ein Schriftzeichen, dass man sowohl Ke als auch Kyo lesen kann. Von dem Taiyo Kegen heißt es, dass er zwar viele Schüler hatte, aber die hatten alle schon da mal Übertragung von anderen Meistern und gegen Lebensende, er konnte keinen Schüler finden, dem er seinen Dharma noch weitergeben konnte, weil alle hatten schon Dharma-Übertragung und da gab er offenbar einem Rinsei-Meister sozusagen wie sagt man, also die Dharma-Übertragung so wie eine leere Rechnung sozusagen, also ohne Namen und sagte dem bitte, wenn du einen findest, der wert ist, mein Schüler zu werden, dann gib bitte dem diese Dharma-Übertragung, damit die Soto-Linie nicht ausstirbt sozusagen. Das heißt, der Toso Gise, der dann an der nächsten Stelle kommt, der ist dem Taiyo Kyo-Gen nie begegnet. Die beiden sind sich nie begegnet, sondern dazwischen ist ein Rinsei-Meister, der von dem Taiyo Kyo-Gen beauftragt wurde und da hat er den Toso Gise getroffen und gesagt, ja, hättest du vielleicht mal Lust, der Dharma-Nachfolger in der Soto-Linie zu werden, da sagt er, okay. Okay, ja, mach ich, ja, herrlich. Mach ich, ne, und das ist natürlich ein bisschen, wie sagt man, schwierig insofern, als Dogen und andere darauf bestehen, dass Dharma Menjū, also von Gesicht zu Gesicht weitergegeben werden muss. Wie ist das möglich, dass man das sozusagen, den Brief sozusagen, PDF verschickt, wenn du jemanden kennst, der es würdig ist. Bypassing. Genau, ne? Okay. Also da war es so eine Schwachstelle, wenn man das so als Kette betrachtet, da ist so die schwächste Verbindung in der Kette. Das schwächste Glied. Tanka Shishun, wie gesagt, er hat dem Wanshi auf der einen Seite, der durchaus einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat, durch seine Gedichte, auch Dogen, glaube ich, hat sehr viel von ihm gehalten, aber gleichzeitig hat der Wanshi selber nicht jetzt einen neuen Linienzweig sozusagen erschaffen oder entwickelt. Es ging dann über einige weiter, bis es dann zum Tendoniojo weiterging und da gehen wir gleich nochmal drauf ein, Tendoniojo, bei dem dann wiederum Dogen war. Wenn wir uns jetzt nochmal auf die andere Seite begeben, hier oben haben wir ja dann den Basso, den wir eben schon angesprochen haben, der es dann wiederum an den Herrn weitergegeben hat, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, Hiyakujo. Dirk, sagen wir mal. Jakujo. 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 Jakujo Ikai, der ist an den Obaku, Obaku, Obaku gab es doch auch eine eigene, eine eigene Schule, oder? Obakushu? In Japan, ne? Ja. Aber es ist im Grunde, also Rinsei wurde, Rinsei-Schu wurde zweimal von China nach Japan gebracht. Richtig, kommen wir gleich drauf. Erstmal um die Zeit von Dogen, ne? Ja. Und dann, ich schätze mal, 400 Jahre später kam Ingen, heißt der, kam der Ingen aus China, das war auch ein Rinsei-Meister, aber es gab halt schon die etablierte Rinsei-Schule in Japan und deshalb gab er seiner Schule dann halt den Namen Obaku, also den Meister von Rinsei. Ah, okay. Aber es ist im Grunde nicht so verschieden, also in Japan, wo sie sich unterscheiden, ist zum einen die Aussprache der Sutren. Also zu der Zeit von Ingen wurden die Sutren anders ausgesprochen, ausgesprochen als in der Rinsei-Schule in Japan damals. Und insofern, also der Stil bei der Sutren-Lesung ist ein anderer, aber ansonsten, ich glaube, die Obakushu, wie du richtig gesagt hast, und Rinsei-Schule in Japan unterscheiden sich nicht so sehr. Sie haben auch eine gemeinsame Homepage, also wenn du zur Homepage geht von Rinsei-Schule, die nennen sich Lin-O-Schule, also das Lin von Rinsei und das O von Obaku und Lin-O-Net, oder heißt das, glaube ich. Wollten sie dem Tosan und Zosan nachmachen, ja? Vielleicht, vielleicht. Okay, das, was du gerade schon angesprochen hast, Moe, es ging ja dann, Rinsei ist natürlich eine starke Persönlichkeit innerhalb der Rinsei-Schule. Der Dirk hatte eben schon das Rinsei-Rokko angesprochen, als Text, als überlieferter Text. Es ging von Rinsei aus, ging es dann eine ganze Zeit lang relativ unbekannte Größen. Verbessere mich, Dirk, wenn es nicht stimmt, also hier die fünf, die hier auftauchen, da hat man jetzt keine Texte, keine Koan, keine Erinnerung großartig daran, oder doch? Also Puketsu ist schon ziemlich bekannt, da gibt es auch einen Koan zu. Also da gibt es sogar zwei Koans. Puketsu ist Staubkorn und Puketsu und das Dama-Siegel der Patriarchen. Das sind sogar sehr wichtige Koans. Ah, okay, ja. Also was ich vielleicht noch sagen wollte, mach mal ein bisschen weiter hoch, ganz kurz nochmal. Also runter, also oben bei Huang Po, Obaku. Da gibt es auch ein ganz schönes Koan, das ist sogar mein Lieblingskoan zwischen Jakuju und seinem Nachfolger Obaku oder Huang Po. Das mit der Ente nämlich. Als die spazieren gehen und der Meister fragt ihn dann, was ist das, als er so Wildenten davon fliegen sieht? Und er sagt, das ist eine Wildente. Und er dreht dir die Nase um und der fängt an, um zu schreien und der hält fest und dreht und dreht und sagt, wo sind sie hingeflogen? So, das ist so das Korn, die Kornfrage. Und das Spannende ist schon, wenn man liest, wie die zueinander standen, da muss man schon sehen, diese Pfeile, die da drauf sind, das sieht ja immer so theoretisch aus, aber man muss schon sehen, dass die jahrelang verbracht haben, auf dem Kloster. Die haben, es gibt bestimmt auch da mal Übertragungen, da war es nur ein kurzes Intermezzo, aber ansonsten sind das halt Leben, die zusammen sich begleitet haben, die sich erlebt haben miteinander. Genauso wie die Blumenpredigten, Kaschiappa und der Buddha, der Legende nach. Man muss ja sehen, die sind miteinander rumgezogen, die kannten sich in- und auswendig. Man sagt ja immer, der eine hat den anderen ins Herz gesehen oder das passiert ja in der Beziehung. Also das ist jetzt nicht irgendwie bloß so Dokumentenweitergabe, sondern die haben einander gelebt, erlebt, die haben sich abgeschliffen und die haben sich geliebt, könnte man auch sagen. Oft ist ja, dass die Schüler auch den Meister bis in den Tod oder bis ins hohe Alter hinein dann gepflegt haben und sich darum gekümmert haben und so weiter. Also auch bei Rinsei und Oberkuh, das war ja ein Vertrauensverhältnis. Man sagt ja auch, Rinsei war ein sehr schüchterner Typ. Also darum geht es ja auch im Ausgleich immer. Es geht ja immer im Ausgleich. Der hat sich nie was getraut. Also der war ganz schüchtern und hat in der Küche gedient und war viele Jahre lang im Kloster und hat da alles befolgt. Und das war seine Schulung. Und irgendwann hat der Obermönch gesagt, so jetzt geh mal zum Meister und befrag ihn mal über das Buddha Dharma. Da hat er sich wohl geziert und ist dann aber da hingegangen und Oberkuh hatte nichts anderes zu tun, als irgendwie den Fuß in der Tür halb zu brechen und gesagt, dass er abhauen soll. Und daraufhin ist er dann zum anderen Lehrer gegangen, hat er gesagt, hier, also so wie Muro das mal beschrieben hat, das fällt mir dazu ein. Du hast dann mal gesagt, du bist dann zu dem alten Lehrer gegangen und hast gesagt, irgendwie als du an deinen Lehrer gezweifelt hast. Daran kann ich mich noch erinnern. Und der hat dann gesagt, wenn der Schüler doof ist, dann wird auch der Meister dumm. Und so ähnlich war ja die Beziehung da auch. Und der Alter hat dann gesagt, nee, ich bin nicht dein Lehrer, Oberkuh ist dein Lehrer. Aber er hat ja alles gesagt und hat dich mit einer, wie sagt er, mit einem Seilbeizweig sozusagen. Großmütterlichen Liebe. Großmütterliche Liebe so. Obwohl das alles so brutal aussieht, geht es da um Liebe und Weisheit. Das muss man sehen. Und dann bist du ja zurück und ist da auch eine Weile geblieben. Um dem Lebendigkeit vielleicht ein bisschen einzuhauchen. Das waren alles Herzensangelegenheiten. Und Leben, die haben ihr Leben gewidmet und miteinander, als Brüder miteinander gelebt. Ja, das muss man sehen. Genau. Von den anderen da unten weiß ich, wie gesagt, Fuketsu, die anderen habe ich mal gelesen, aber nicht nur, weil die jetzt nicht in irgendwelchen Koans erwähnt sind, heißt das ja nicht, dass die jetzt nicht wichtig waren. Vielleicht waren die auch sehr wichtig und haben im Hintergrund halt gewirkt und haben sie nicht so hervorgetan. Naja. Dann geht es hier weiter zu Sekiso Soen, bei dem sich dann wiederum auch noch mal so einen Linienzweig nach unten ergibt. Auch hier einige, teilweise sogar ohne Geburts- und Todesdatum. Aber es wurde über diesen, über diesen Zweig, der dann später abgestorben ist, ging es weiter zu Eisei und das ist das, was du eben schon gesagt hast. Eisei hat ja, brachte das Rindseil nach Japan, 1200, also um den Dreh, wie es auch Dogen, rüberbrachte und hatte einen Schüler und das hat mich, als ich jetzt dank deinem Link mich noch mal ein bisschen mit beschäftigt hatte, hat mich das berührt, dieser Rionen Mio-Sen, war ein Schüler vom Eisei und der ist gemeinsam mit dem Dogen, weil Eisei dann gestorben ist, ist der gemeinsam mit dem Dogen, also Dogen ist, ist eine zeitlich, für einen kurzen Zeitraum, ist er Schüler von Eisei gewesen. Also Dogen war Rindseil-Schüler, richtig? Ja, wobei damals in Japan noch keine strikte Trennung zwischen Tendai und Zen war, also der Eisei spricht man in der Regel aus, der Eisei war ein Tendai-Mönch, der aber zum Studium nach China ging und da Dama-Übertragung offenbar bekam, aber er hat dann nicht gesagt, ich höre jetzt auf Tendai-Mönch zu sein, sondern er hat sozusagen innerhalb der Tendai-Schule ein Tempel gegründet, in dem man vor allem Sazen machen konnte. Und das war der Ken-Ninji, also der erste Zen-Tempel, der aber in den Anfangstagen noch ein Tendai-Tempel war. Und heute ist es einer von den Haupttempeln der Rindseil-Schule. Und der Nachfolger vom Eisei war, wie du sagst, das Mio-Sen und unter dem Mio-Sen begann der Dogen mit 14, 15, 16 Jahren dann zu studieren. Also am Anfang war er auf dem Haupttempel vom Tendai und die haben ihm dann gesagt, hier Typ, du stellst zu viele freche Fragen, geh mal zum Mio-Sen und mach mal Sazen. Und ob er dem Eisei noch mal begegnet ist, also der Eisei starb ja, als der Mio-Sen 15 war, das wird diskutiert, aber die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering. Und also der lag da wahrscheinlich schon auf dem Krankenbett, als vielleicht zufällig gerade Dogen da beim Mio-Sen angeklopft hat. Aber es ist unwahrscheinlich, dass er dem da noch große Fragen stellen durfte. Und dann ja, als Mio-Sen Mio-Sen war da 44 Jahre alt. Der ist ja mit 41 gestorben schon. Als der Dogen 24 war, sind die beiden zusammen nach China gefahren. Also das wird auch im Sui-Monkey relativ ausführlich beschrieben. Laut Sui-Monkey hat der Mio-Sen diesen Wunsch gehabt, nach China zu fahren, aber da war gerade einer seiner Lehrer, und zwar nicht der Eisei, sondern ein anderer Tendai-Lehrer, lag auf dem Todesbett und sagte, kannst du noch nicht ein bisschen warten mit der China-Reise, denn ich liege hier auf dem Todesbett und jemand muss sich um mich kümmern. und der Mio-Sen fragte alle seine Schüler, was denkt ihr, soll ich erst mal meinen Meister pflegen und dann später mal nach China gehen oder soll ich gleich nach China gehen? Und alle Schüler sagten, nee, also du solltest dich erst mal um deinen Meister kümmern und die China-Reise hat ja noch Zeit. Und Dogen war der Einzige, der sich traute zu sagen, ja, kommt drauf an, ob du mit deiner Erleuchtung hier und heute zufrieden bist oder nicht. Wenn du glaubst, schon erleuchtet zu sein, dann solltest du dich natürlich um den Meister kümmern. Wenn du aber glaubst, dass dir noch was fehlt, dann ist selbst diese Pflicht gegenüber deinem Meister nicht groß genug, um dich zurückzuhalten, dann solltest du nach China gehen. Und der Mio-Sen sagte dann zwar, nee, nee, es gibt keine Probleme mit meiner Erleuchtung. Ich bin zwar erleuchtet genug, aber ich gehe trotzdem nach China und er hat dann den Dogen mitgenommen. Genau, dann haben sie sich in China getrennt, haben sie sich in China getrennt, das, was ich gelesen habe, und letztendlich brachte dann Dogen neben dem Soto-Sen, brachte Dogen die Asche von dem Mio-Sen mit, weil der halt in China verstorben ist. Deswegen ist dann auch dieser Linien 2 quasi ausgestorben, weil es nach dem Mio-Sen nicht weiterging. In China verstorben und Dogen brachte dann seine Asche mit. Genau, also schon bei der Einreise offenbar hatte der Dogen Schwierigkeiten, das steht im Tenso Kyokun. Also der musste auf dem Schiff bleiben und der Mio-Sen, der wollte offenbar nicht warten. Der Mio-Sen ist gleich, hat sich gleich auf die Reise gemacht und hat seinen Schüler dann noch ein paar Wochen auf dem Schiff gelassen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn du als Mönch ordinierst, bekommst du ja diese Ketschimiyaku. Und bei uns in Antaichi sind da beide Zweige, sowohl die Soto-Linie als auch die Rinsa-Linie auf der Ketschimiyaku verzeichnet. Also die Linie, die du da jetzt rechts stehen hast, die steht bei uns auch auf der Ketschimiyaku und ebenfalls rechts zufällig. Und links die Soto-Linie, das geht dann also nach dem sechsten Patriarchen auseinander, Sektokisen und Nangakuejo. Und dann geht es halt wieder bei Dogen zusammen. Also bei der Ordination kriegst du diese Linie beziehungsweise musst du selber mit Pinsel schreiben, wo der Dogen dann sowohl von rechts, vom Yosen, als auch von links, vom Tendo und Jojo den Dharma übertragen bekommt. Und das geht dann wieder zusammen. Nee, es ist in der des Ketschimiyaku, was ich als sowohl Mönch als auch Bodhisattva-Ordination war tatsächlich nur eine Linie, die letztendlich wieder bei Buddha endet. Aber da war jetzt keinerlei Verzweigung interessanterweise drin. Da haben sie sich wirklich nur auf eine Linie dann geeignet. Deswegen war das für mich hier auch ganz spannend, diese Grafik zu erstellen und einfach mal zu schauen, okay, wie hängt das denn auch mit dem Rindset zusammen? Als ich dann jetzt diese Geschichte gelesen habe, dass der Dogen ja gar nicht alleine, also bis dato wurde mir immer weitergegeben, ja, der Dogen, der hat sich irgendwann auf die Reise gemacht, weil er mit den japanischen buddhistischen Schulen nicht einverstanden war und dann hat der Dogen sich alleine auf die Reise gemacht. Aber de facto stimmt das ja nicht. Eigentlich hat er seinen Lehrer begleitet und hat dann durch Zufall auf dem Tendoberg seinen späteren Meister dann gefunden. Ja, und in dem Schiff, das waren mindestens ein Dutzend Leute, also da war noch einer, der studierte chinesische Medizin, ein anderer, der wollte, glaube ich, lernen, wie man diese Buddha-Statuen anfertigt. Also es war ein ganzes Team von Leuten, die da gemeinsam die Reise gemacht haben. Die sind nicht alle zusammen gereist, aber Dogen war da nicht alleine. Ja, die weiterführende Linie, auch das hast du, Muho, eben schon gesagt, ist dann von dem Sekisosohen hier weitergegeben worden und hat sich dann nochmal getrennt oder es gab wieder einen Linienzweig bei dem Gosohoen. Einerseits die rote Linie, schauen wir uns gleich an, die weitergeht bis in unsere heutige Zeit auf der anderen Seite und deswegen habe ich das hier auch nochmal als Linienzweig mit aufgegriffen, weil das Mumon Khan letztendlich daraus resultiert ist von dem Mumon Ekay. Dirk, ist das, ist dieser Linienzweig, der ist dann ausgestorben. Es gab da keine, es gab noch ein, zwei Generationen, aber danach ging es nicht weiter. Das kann ich dir jetzt nicht verbindlich bestätigen. Ja. Aber alles halt um diese Zeit rum, 1200, als, ja, als dieses, als diese Reise nach China und Dogen halt eben auch das Soto-Sendern mitgebracht hat. Ja, also die Jahreszahlen, die faszinieren mich ja sowieso auf der ganzen Zeichnung im 8. und 7. Jahrhundert, wo das anfängt. Im Mumon Roku, um Vorwirt, wirst du auch mal auf eine kleine Denkreise eingeladen, sich mal die Jahreszahlen hier in Europa zu vergegenwärtigen, was hier los war zu der Zeit, also spirituell, ja. Wenn du da ins Kloster gekommen bist oder irgendwo warst und da war der Abt, der war ja gottgleich sozusagen, aber zu der Zeit als Rinseider gelebt hat oder so und der hat gefragt, ja, wo ist denn jetzt nun hier der Abolokiteshvara, der mit den tausend Augen, so ist ja das Chor und dann wird der vom Sitz runtergezogen, der Meister und der Schüler setzt sich selber drauf, dann prügeln die sich ein paar Mal oder so, das war ja eine unglaublich lebendige, frische Art, das finde ich ja immer faszinierend, unvergleichlich, was für eine spirituelle Weite das hatte, so im Vergleich zum Rest der Welt. Aber so, nur nebenbei, ja. Ja. Ja, letztendlich hier von dem ging es dann weiter an den Engo Kokugun, der wiederum das Hikigan Rokko geschrieben hat oder zusammengestellt hat, die verschiedenen Koane, Niederschrift vom Blauen Felsen. Wo ist das? Hier, hier. Ah, okay, okay. Genau. Das war 100 Jahre vor dem Mumonkan, okay, ne? Ja, man wird gesagt, der Meister hat da in seinem Doxan-Raum, in seinem Räumen ein Riesenrollbild gehabt von diesen blauen Felsen und deswegen heißt das Hikigan Rokko, also Niederschrift der blauen Felswand. Ah, das ist nicht irgendwie tatsächlich eingeritzt gewesen auf irgendwie einer Felsenwand oder sowas? Ne, also ich habe das so vom Hören Sagen, ich war ja nicht dabei, aber das soll so gewesen sein, dass da ein Riesenrollbild. Nach ihm, also nach dem Hikigan Rokko geht es ein paar Generationen weiter und dann kommt der Daio Kokushi, was Moho eben angesprochen hat, der das Rinzai quasi ein zweites Mal nach Japan gebracht hat oder gegründet hat. Ist das der, den du eben meintest, Moho? Ja, also er war nicht der Einzige, also es gibt da auch noch den Eni Benen, der den Tofuku, der den Tofuku gegründet hat, Daio Kokushi, war das jetzt Tenyuji? Also es gab verschiedene zu der Zeit, also der Esai war der Erste, danach gingen Myosen und Dogen rüber, aber danach, das waren einige, also es war nicht nur einer, es waren einige, die dann parallel zu der Zeit das aktuelle Rinzai aus dem China dieser Zeit gebracht haben. Also wir sprechen, ja, also wenn man von den Dynastien spricht, wir sprechen hier über die Sung-Dynastie und oft wird gesagt, dass das China der Tang-Zeit das goldene Zeitalter war, also die Zeit, wo Typen wie Tosan, Rinzai, Joshu gelebt haben. Aber tatsächlich, wie sagt man, in Form gebracht oder, ja, ja, eben poliert und dann verpackt wurde das Ganze in dieser Zeit, also Sung-Zeit und wie du siehst, also Hekigan-Loku um 1100, Mumonkan um 1200. Als Dogen nach China kam, gab es das Mumonkan wahrscheinlich gar nicht. Vom Hekigan-Loku heißt es, dass er sich in der Nacht vor seiner Abfahrt zurück nach Japan kopiert hat. Und das war dann auch die Zeit, als dieser Konflikt, wie groß der Konflikt war, weiß ich nicht, aber es gab da diese Diskussion zwischen Mokshu-Sen. Mokshu ist auch der Titel eines Gedichts vom Wanshi. Also Wanshi war der Repräsentanz von Mokshu. Mokshu bedeutet Schweigen des Leuchten. Und auf der anderen Seite Kohan-Sen. Also Kohan-Sen wurde damals populär und auf der anderen Seite Wanshi, der nicht unbedingt ein Gegner war von Kohan, aber der dann eher das schweigende Sitzen favorisiert hat. Das hat sich wahrscheinlich auch erst in dieser Zeit so rauskristallisiert. Und der Dogen hatte ja auch ein bisschen ambivalentes Verhältnis gegenüber Rinsai. Im Suimonki hörst du ihn oft positiv zum Beispiel über Dai-E reden. Ich weiß jetzt nicht, wo er hier in der Tradition wäre, aber Dai-E war ein Zeitgenosse vom Wanshi, aber auf der Rinsai-Seite. Auch einer, der dieses Kohan-Sen mit rausgebildet hat. Und im Shobo-Gen so oft hört man Dogen ja den Dai-E sehr preisen und dann in manchen Kapiteln aber auch eben kritisieren. Manchmal sagt der Dogen ja, der Dai-E der hat überhaupt gar keine Rede, gar keine Ahnung, wovor er dann gesprochen hat. Was, glaube ich, für mein Gefühl auch damit zu tun hat, mit diesem, was wir ja auch jetzt im Westen zum Teil noch haben, ja, mache ich jetzt Rinsai oder mache ich jetzt Soto oder bei den Kampfsportarten, mache ich jetzt lieber Aikido, mache ich jetzt Karate und wenn ich jetzt tatsächlich mal den Kampf verwickelt würde, was ist besser? Und letztlich kommt es nicht auf diese Frage an, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch zu der Zeit von Dogen in Japan halt viele Leute gab, die da so am Wankeln war und das zumindest zu einer gewissen Zeit während seines Lebens Dogen es wichtig, für wichtig hielt, den Leuten zu sagen, ja, wenn ihr Soto macht, dann macht es richtig und vergesst die Koans und vergesst den Dai-E-Senji und was da noch so gibt. Aber ursprünglich, als er in China ging, also auch der Tendo und Jojo auf dem Tendo Berg, heute haben wir die Idee, ja, das war ein Soto-Kloster, wo er hinging, sonst wäre er kein Soto-Meister gewesen, aber da war vor dem Tendo und Jojo da waren auch Hinsai-Meister, also es war halt so wie bei uns eine Uni, eine Fakultät, da ist nicht immer nur ein heideggerianer, der da auf dem Stuhl sitzt, sondern da ist da halt auch mal ein analytischer Proch oder was auch immer, das war sehr viel flüssiger zu dem Zeitpunkt, glaube ich doch. Ja, dass der Austausch zwischen den Rinzai-Klöstern und den Soto-Klöstern einfach auch sehr viel stärker war, im Grunde das, was wir jetzt heute und auch beim letzten Mal mit den Talks, die wir veranstalten, so ein bisschen dieses Annähern und Austauschen und sich gegenseitig, dass die Soto die Rinzai-Meister eingeladen haben und umgekehrt, einfach um voneinander zu lernen und halt weniger diesen Blickwinkel rechts und links und da irgendwie eine Trennung, eine künstliche Trennung zu schaffen. Ja, der Nampo Yomojo hat wiederum oder beziehungsweise auf ihn kann man zurückführen sämtliche Rinzai-Traditionen, die es halt eben heute noch gibt, lassen sich halt eben auf diese Person zurückführen und halt eben nicht auf den Essay als Beispiel und innerhalb dieser Traditionslinie kam es dann halt irgendwann um 1300 hier zum Ikkyo Sushun, den habe ich reingenommen, weil es auf der einen Seite aus der Rinzai-Tradition so dieser Dichter, der Dichter war, den wir mit dem Ryokan Taigu im Soto hier wiederum als Pendant vielleicht zum Ikkyo finden, wobei ich nicht rausfinden konnte, wer von dem Ikkyo, der ist ja wohl in seiner Mönchstracht, ist er ja wohl auch in Bordelle reingegangen und hat sie im Alkohol gefrönt und so weiter, einfach so einer von den Rebellen, deswegen habe ich ihn mit aufgenommen, aber ich habe gar nicht rausgefunden, innerhalb von welcher Linie er gegebenenfalls hergekommen ist. Weißt du das, Dirk oder Moho, der Ikkyo? Welche Linie das war, weiß ich nicht, also Tenyushi, er war der Abt vom Tenyushi, Blödsinn, Blödsinn, Daikokuji, Daikokuji, nicht Tenyushi, würde man bestimmt rausfinden, vielleicht sogar auch im Internet, wer dessen Meister war, aber im Rhin sei letztlich alle anderen Linien außer der von Hakuin, also vielleicht gibt es ein paar Ausnahmen, aber ich würde sagen 99% der lebenden Roshis kommen alle vom Hakuin her, deshalb auch der Banke und alle anderen, wahrscheinlich gab es dann weit verzweigtes Netz noch vor Hakuin, aber Hakuin dadurch, dass er das alles formalisiert hat und diese 1700 Koans auf eine Reihe gebracht hat, der Einfluss war so stark und das war so erfolgreich, dass die anderen einfach dann verschwunden sind. Fällt dir noch was ein, Dirk, jetzt hier zu dem Bild, wo wir sind oder zu dieser Zeit, gerade was Hakuin angeht, also das war auch das, was ich recherchiert habe, dass letztendlich alle oder beziehungsweise so wie du gerade gesagt hast, 99% der Roshis, die wir heute haben, der Meister, die wir heute haben oder der Linien, die es noch heute gibt, lassen sich halt alle auf diesen Hakuin zurückführen, innerhalb der Rinser Tradition. In der Hakuin war ja wohl sowas wie der Martin Luther, ja, bei uns so, also, der hat ja viel veräußert und viel öffentlich gemacht, eben, unter anderem die Koranschulung nochmal sortiert und so weiter und so fort und dann gibt es ja diesen, was du doch beschrieben hast, Hakuin Senjisa Senvasan, dieser schöne Text, der es nochmal auf den Punkt bringt, und so, Muo, warst du schon mal in diesem Tempel von Hakuin in Japan? Yutaku-ji war ich einmal, ja, so ein kleiner, ziemlich kleiner Tempel soll das sein, ja, ich war da noch nie. Also der Yutaku-ji ist ja ein Zodon, ein Trainingskloster, der ist nicht so klein, da könnten schon 20, 30 Mönche zusammen praktizieren, also das ist da, wo der Hakuin dann die spätere, seine zweite Lebenshälfte zugebracht hat oder meinst du da, wo er da bei dem Shoshu Ronin in der Lehre war? Also ich habe bloß mal gelesen, dass er so ein Tempel aufgebaut hat, so in eigener Regie, ziemlich schnell und dass der so wohl ziemlich arm, selig ausgesehen hat im Vergleich zu vielen anderen und dass er da gelehrt und gewirkt hat. Also dass der jetzt nicht so eindrucksvoll gewesen sein soll, das habe ich bloß mal gehört. Naja, im Vergleich zu den Tempeln, die es damals und auch heute noch in Kyoto und Kamakula gibt, natürlich ganz klein oder ganz klein, nicht schon groß, aber ich meine, Tofuguchi, das war ja eine Riesen, Riesenanlage. Nach dem Krieg ist vieles davon verkauft worden, aber auch heute, das ist noch ein Riesen-Tempelkomplex, dasselbe Daikoguchi, Myoshinji, Nansenji in Kyoto, das sind ja, Riesen-Dinger, die natürlich auch durch die Unterstützung der Shogune und des Kaiserpalastes erst gebaut werden konnten und im Vergleich dazu könnte man sagen, Lyutakuji klein im Vergleich dazu, aber immer noch groß genug, würde ich sagen, für 20, 30 Leute. Also Hakuin war wohl, soweit ich das jetzt informiert bin, schon derjenige, der dann Wert drauf gelegt hat, jetzt rinsalmäßig die Kohans zu strukturieren, das Doxan in den Vordergrund zu stellen, zwei-, dreimal am Tag am Doxan zu haben und diese Begebenheiten, die da in der Tank-Dynastie stattgefunden haben in China, wieder zu benutzen, um dann wirklich damit sich einzuschleifen. Also, das ist wohl auch wohl so verknöchert gewesen, dass sie gesagt hat, wir müssen die Erfahrung in den Vordergrund stellen und nicht den Status der Heiligkeit. Und deswegen wird der ziemlich verehrt, jedenfalls in allen Rinseiklöstern wird der jeden Tag rezitiert und bei uns eben auch. Und es gibt noch einen guten Text, den werden wir auch dieses Jahr beim Rohatsu wieder verlesen, die Sieben Nächte von Hakogin, wo er wirklich den Prozess durch beschreibt und jede Nacht sozusagen noch mal immer ein kleines Teeshow gehalten hat, wo er die erste Nacht sagt, so ihr Mönch, jetzt nehmt ihr euch eure Kissen, packt die dick unter euren Hintern und so weiter und so fort. Also die Sieben Nächte des Bruder Shakyamuni sozusagen noch mal anleitet, wo er das so wo das Rohatsu noch mal richtig untermauert und noch mal Power reingibt und so weiter. Das wird auch immer oft gelesen. Ja, Bankai Aitaku, das war ja ein Wunsch auch von dir noch mal den mit aufzunehmen oder beziehungsweise wo du gesagt hast, oh das ist durchaus ein Name, der noch fehlt, der Bankai, Bankai, der letztendlich auch nicht weiter geführt wurde, seine Linie, auf jeden Fall nicht bis in die heutige Zeit und Bankai und Hakuin, Rinzai, Ikkyo, die kommen auch in einem Buch vor, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Zen-Meister, Zen-Rebellen, die verrückten Wolken des Zen, sagt euch das was? Ne. Ich habe schon mal gehört, aber gelesen noch nicht. Naja, irgendein Amerikaner hat da die Leute, die einfach so, oder die Meister, die einfach so ein bisschen aus der Art geschlagen waren, so die Rebellen, die Reformer, was Hakuin ja durchaus auch war, vielleicht ein bisschen vergleichbar im Soto auch mit dem, mit dem Kodo Sawaki, der quasi auch als Reformator wieder die Praxis zurückgeführt hat aufs Zazen, was sich zu der Zeit, habe ich mal gehört, so ein bisschen verlaufen hatte wieder oder es sehr stark ins reine Denken und so weiter reinging. Wenn wir uns auf der anderen Seite so diesen Zeitpunkt angucken, da sind wir ja eben stehen geblieben, Dogen ist also als Tendai-Mönch mit dem Rincai-Meister oder mit dem Rincai-Mönch nach China aufgebrochen, hat dort von dem Tendu Nyojo Dharma-Übertragung bekommen und hat dann die Soto-Schule quasi nach Japan gebracht und dann ging es hier über drei Generationen noch weiter bis zu dem Keesan-Yokin, der ja, wo im Soto gesagt wird, Dogen und Keesan, das sind so diese beiden großen Persönlichkeiten in Japan, auf die letztendlich die Soto-Schule zurückgeht. Ja, also in Japan sagt man auch Koso und Taiso. Koso ist der hohe Ahne, das ist Dogen und Taiso, das ist der breite, breite, das ist der Keesan. Also Dogen, der hat die Lehre und die Praxis in die Tiefe geführt und Keesan, der hat das eher so in die Breite auch ins Volk hinaus getragen und der hat dafür gesorgt, dass Soto als eine der größten buddhistischen Schulen heute auch überlebt hat, auch wirtschaftlich überlebt hat und auch Wurzeln in der Gesellschaft gefunden hat. Es wird oft, also in der Soto-Tradition, wie ich es kennengelernt habe, wenn die Namen der Patriarchen rezitiert haben, dann hört es im Grunde bei dem Keesan Jokin auf und es werden dann noch ein, zwei Namen der letzten Generation genannt. Aber das, was ich jetzt auf einer deiner weitergeleiteten Seiten auch gesehen habe, dass Keesan zwei große Meister nochmal hatte, den Garsan und den Meiho und sich alle noch heute existierenden Soto-Linien auf einen dieser beiden auch zurückführen lassen. Genau, wobei Meiho Sotetsu wahrscheinlich sehr viel mehr Schüler hatte als Garsan Joseki. Aber das ist der Grund, weshalb es nur bis zum Keesan geht, denn wenn man zum Beispiel in Eheji oder so das gemeinsam rezitiert, es gibt ja einige Mönche aus der einen Richtung und aus der anderen Richtung und bis zum Keesan haben sie alle dieselben Ahnen. Aber danach geht es auseinander, deshalb hört man da dann oft auf. Es sei denn zum Beispiel wie in Anteiji, das ist so ein kleiner Tempel, wo alle der Mönche aus der Richtung kommen und dann wird es bis zum letzten verstorbenen Abt rezitiert. Also jetzt im Fall von Anteiji würde man alle Namen bis zu meinem Meister dann rezitieren. Und sobald ich dann sterbe, würde ich auch aufgenommen werden in diese Präzitationsfolge. Ja, der Patrick Damschen vom Drei-Schätze-Laden in Bonn, der hat, ich hatte mit ihm auch kurz drüber gesprochen und er hat dann auch gefragt, ja, warum geht es denn nur bis zu Hakuin und bis zu ihm verzweigt sich, verzweigen sich danach die Linien zu sehr. Und die einzelnen Linien, die es jetzt heute noch gibt, lassen sich ja dann, da gibt es ja schon wieder eigene, eigene Dama-Linien dann, wo dann was bei sich 30, 40, 50 Leute drin sind und es würde sich tatsächlich zu stark verzweigen, weil es ja dann nach Amerika, nach Frankreich, nach Europa und so weiter gegangen ist. Genau, also man muss, ja, also ich meine, bei uns in Berlin im Dojo war es so, dass da am Morgen dann die Patriarchen bis zum Meister Deshimaru, Mokshu Taisen, war das glaube ich, da jo schon rezitiert worden. Das kann man natürlich machen, aber wenn man das dann halt in einem Rahmen tut, wo halt Leute aus vielen anderen Richtungen kommen, die fühlen sich dann halt nicht mehr angesprochen, wenn nicht mehr ihre Ahnen, sondern andere Ahnen rezitiert werden. Das heißt, in so einem Haupttempel wie Ehe, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber wenn halt bei so einem großen Treffen das Morgensutra rezitiert wird, dann wird entweder beim Kesan aufgehört oder man guckt halt, ja, was ist das für ein Tempel, wo wir hier sind und man rezitiert halt in der Linie von dem Tempel. Man muss sich dann entscheiden, aber man kann dann halt nicht mehr alle ansprechen. Ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum die Internetseiten, wo ich jetzt recherchiert habe, tatsächlich auch dann bei Hakuin auf der einen Seite und bei Kesan auf der anderen Seite aufhören, weil sich ab dann tatsächlich das Ganze sehr stark verzweigt und einzelne Linien dann teilweise auch in unterschiedliche Länder dann weitertransportiert wurden. Genau. Ja, habt ihr noch etwas zu der Weitergabe der Linien, bezogen jetzt auf die Grafik, sonst würde ich die schon mal wieder wegmachen. Soweit nicht. Gut. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich hatte ja in die E-Mail-Anfrage an euch beide, hatte ich ja als Betreff das Entheddern der Dama-Linien oder der Linien der Weitergabe. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich geschafft haben oder ob nicht vielleicht sogar noch mehr Verwirrung, weil so viel erfunden und so viel gelogen und so viele Legenden da mit reinspielen, dass es ja interessant ist, dass es überhaupt diese Linien-Nachfolge gibt. Ja, interessant. Ja, was willst du? Nö, jetzt erzählst du. Meine Frage ist, was willst du verheddern? Also entheddern. Eher habe ich das Gefühl, was du da gemacht hast, das ist schon sehr entheddert, aber in Wirklichkeit ist das Knäuel sehr viel verflechteter als, also für alle, die das hier gucken irgendwann mal und den Dumoulin und die Geschichte des Zen-Buddhismus nicht kennen, sehr empfohlen. Und da findet man hinten halt auch über mehrere Seiten hinweg, glaube ich, diese Traditionslinien. Aber wie gesagt, die Wirklichkeit ist sehr viel komplizierter. Also in Wirklichkeit ist das nicht nur ein Faden, beziehungsweise wie auch der Dirk schon gesagt hat, der Rinsa hat ja auch nicht nur beim Obak gestudiert, sondern auch bei anderen Meistern. Und tatsächlich haben viele Schüler Jahrzehnte bei ihrem Meister verbracht, aber dann eben auch mal wieder zwei, drei Jahre hier und zwei, drei Jahre da. Und okay, dann haben sie vielleicht das Große, die große Erfahrung bei dem Meister gemacht, aber da haben andere Sachen auch mit reingespielt. Besonders eben während der Tang-Zeit in China, das war auch noch nicht hier, ich bin Rinsa, also studiere ich nur Rinsa und ich bin Soto, also will ich mit dir nichts zu tun haben, sondern das war viel verwirrter. Und vielleicht ist es wichtiger, eher wieder diese verschiedenen Fäden wieder zusammenzubringen, als zu enttettern. Vielleicht geht es ja gar nicht darum, das zu enttettern. Ja, schön. Dirk, du wolltest auch noch was sagen? Ich habe es wieder vergessen, aber ich meine, so was das ausdrückt, wenn man diesen ganzen Stammbaum sieht und ich meine, der geht ja ins Unendliche. Ich meine, wenn da der Basso 139 Schüler hatte oder der Ume und 67 und die hatten wiederum welche und wer weiß, wie viele da nicht aufgezeichnet sind, was sich hier übertragen hat, aber was man merkt, dass es unheimlich fundiert ist. Also jeder von uns, wir drei wahrscheinlich auch, sind mit dem Buddha da mal in Berührung gekommen, mit der eigenen Praxis und der Öffnung so, weil wir ja irgendwo davon gehört haben. Und ich glaube, das ist so eine Verantwortung von so einer Linie, weil viele sagen ja, du brauchst kein Konzept, du brauchst keine Linie, du brauchst keine Dama-Übertragung. Klar braucht man das alles nicht auf absoluter Ebene. Trotzdem schafft es natürlich Möglichkeiten, gerade so in der inflationären Zeit wie heute, wo es alles gibt. Nicht wie in China nur Einbuddismus oder in Thailand oder in Taiwan oder in Tibet oder keine Ahnung. Da gibt es ja alles Mögliche. Und das ist schon eine fundierte Sache, finde ich so. Und ich finde schon, warum soll man sich diese alten Meister mal vielleicht wieder zur Gemüte führen? Warum arbeitet man jetzt im Rinsein mit den Koans und so? Wie ich vorhin auch sagte, ist ja schon so, du tauchst in diese Persönlichkeiten ein und verstehst dann auch in was für einem Kontext, warum und wie die was sagen und wie die so sind. Das ist ja der Punkt. Warum sind die so? Warum schreit der so um? Warum flüstert der andere und so? Und das sind alles Upayas. Das sind alles Hilfsmittel. Das ist nichts Absolutes, sondern das sind alles Möglichkeiten. Und dann die eigene Erfahrung hier und jetzt zu machen. Darum geht es ja. Also man sagt ja immer im Send, also mein Meister hat immer gesagt, es geht darum, dass du dich selber freisetzt. Dass du selber original wirst. Und wir sind ja alle so, wir ahmen nach. Seit unserer Kindheit ahmen wir nach. Wir ahmen unsere Eltern nach. Wir sind dann plötzlich so wie der Alte. So wollen wir nie sein. Plötzlich erkennen wir uns, dass wir so sind. Und dann wollen wir wieder davon loslassen. Und die Frage bleibt immer, wie sind wir? Dann kommst du so mit Send in Berührung, mit der Leerheit und so. Dabei kannst du auch nicht stehen bleiben, sondern du musst das Leben ja irgendwie füllen. Du musst es mit deiner Originalität jetzt füllen. Meister sind Tod. Mein Kodosowaki hat es ja auch gesagt. Was nützt es mit den alten Knackern? Die sind allerdings tot. Was nützt es darüber, irgendwie zu reden und die anzubeten? Das stimmt auch so. Aber jetzt findet alles statt. Und schon so eine Galleonsfiguren können schon helfen, deine eigenen Potenziale zu entdecken, finde ich. So erzählst du mit dir. Und auch in deine Kraft zu kommen. Und als Vorbilder. Man braucht ja Vorbilder. Also ich finde auch so Konkurrenz im Send, wo man immer gucken kann, wenn man guckt, der hat jetzt ein goldenes Kax und der ist jetzt Leidenschüler und so. Wichtig ist, finde ich, nicht gegeneinander zu konkurrieren, sondern miteinander. Dass man miteinander wächst. Und das machen wir letztendlich auch, dass wir uns hier treffen und sagen hier, ja, also mir hat das mal geholfen, auch zu sagen, du gibst dein Bestes so. Aber aus dem Spaß heraus so. Und zu sehen, zum Anfang guckst du auch die alten Geschichten an, die alten Meister und denkst, das ist irgendwie bierernst. Da geht es nur um Ehrfurcht. Aber wenn die sich da unterhalten über die Tiefgründe des Buddha Dharma und was da wie Malakirti gesagt hat, da bezieht sich Herr Rinser ja auch oft auf, die unterhalten sich über das Wetter. Die fragen sich, wie geht es dir und so weiter und so. Und mein Lehrer hat auch immer gesagt, deine Aufgabe als Lehrer ist es mal irgendwann, das zu übersetzen. Du musst den Leuten die Angst nehmen, die Lebensangst, die Trennung. Darum geht es. Und das kannst du mit diesen alten Meistern machen. Das zieht sich fort und das ist auch irgendwie unsere Aufgabe, das weiter fortzusetzen. Also wir sind nicht nur Leute, die die Vergangenheit beleuchten, sondern wir stehen ja in der Tradition. Wir leben es jetzt. Und wenn Muur mal tot ist und ich lebe noch länger, dann werde ich auch irgendwann so eine schöne Comic-Zeichnung wie von Huckooin machen mit solchen großen Augen, die noch der Nachwelt erhalten bleiben. Ich finde auch das Verbindende, also das war damals, als wir bei der Bodhisattva, beim Bodhisattva-Workshop uns mit dem Ketsumiyaku beschäftigt haben und dass es da überhaupt diese Linie gibt, wenn man damit das erste Mal in Kontakt kommt, dass Zenja nicht etwas ist, was sich irgendwann mal irgendjemand ausgedacht hat, sondern dass es halt wie ein großer Fluss ist, wo man Teil von wird oder in dem man hineinspringt und gleichzeitig den Fluss auch an die nächsten Generationen weitergibt. Das hat einfach eine, ja, das hat eine gewisse Kraft und das zieht einen mit und gleichzeitig bringt man den Fluss auch selber wiederum in Bewegung. Ja, schön. Lass uns mal noch ein bisschen Werbung machen. Ja, mach ein bisschen Werbung. Wofür? Also einmal natürlich nächstes Jahr, dass die Veranstaltung mit Muho hier im Wolkentor, dieses kleine Wochenend-Session und das Sieben-Tage-Session, was danach gleich anschließt. Da sind noch Plätze frei. Das wird eine schöne Sache. Da werden wir sozusagen... Das ist wann? Das ist in welchem Monat? Das ist im August, glaube ich. Ich habe es jetzt dummerweise nicht im Kopf, aber das steht auf der Webseite. Dann sag doch gerade noch mal für diejenigen, die dich nicht kennen vielleicht oder uns hier überhaupt nicht kennen, gib doch noch mal gerade deine Webseite bekannt, www. www.wolkentor-cent.de Ich glaube im September, Muho, ja, war das. Ende September, bis Anfang, das Sieben-Tage-Session, das endet Anfang Oktober. Ich glaube, es war der 2. Oktober oder sowas, ne? Das ist auf 15 Leute begrenzt, das andere auf 30. Da sind noch Plätze frei. Und das erste Session ist eher so auch zum Reinschnuppern. Da wird es auch Sitzeinheiten geben, aber hauptsächlich viele Talks und so. Ja, und nach Halle kommt man super, ist in der Mitte von Deutschland. Und wir haben direkt einen Bahnhof vor der Tür, tatsächlich. Also raussteigen und in die Sendung rein. Also dazu noch mal. Und ansonsten machen wir jetzt ab morgen, fängt unser Herbst-Ango an, die Übungszeit. Mit einem Session beginnen wir. Mit einem Fünf-Tage-Session, kleine Gruppe. Und dann ist im Oktober noch ein Session, fünf Tage. Und dann gibt es noch das Rohatsu-Abschließen, das Sieben-Tage-Rohatsu-Session, wo man, wenn man das möchte, dieselbe Erfahrung machen kann, wie der Buddha unter seinem Baum. Das ist so angelegt. Also, dann kommen die Dämonen und die Engel. Und da geht ihr beim Rohatsu, geht ihr dann auch den Text, von dem du eben gesprochen hast, die Sieben-Nächte des Hakuin, der war nämlich mir bisher auch noch so gar nicht bekannt. Das sind so kurze, man sagt, mit dem Soto würde man sagen, so ein kleines, wie sagt ihr, wenn man was in die Runde spricht? Die gibt es auch in deutscher Übersetzung, die Sieben-Nächte des Hakuin. Ja, kann ich die einmal mal schicken. Also ist das als Buch veröffentlicht? Nee, das ist nur so ganz kurz. Also für jede Nacht sagt er so vielleicht fünf bis zehn Minuten was. Ich kenne das aus Japan, im Tofugushi haben wir das während Rohatsu auch. Also der hat der Roshi das auch im Teeshow durchgenommen. Aber ich bin überrascht, dass es das auf Deutsch gibt oder wäre interessant für mich, das auf Deutsch zu haben. Ja, schick es gerne mal zu. Findet man das im Internet? Das weiß ich nicht. Ich habe es auch einfach mal mitgenommen von einem Rohatsu. Ja, dann schick es doch gerne mal zu, das bisschen. Also ja, das von meiner Seite an Werbung. Aber du, Thorsten, hast ja auch noch deinen, und vielleicht machen wir auch wieder was zusammen. Ist ja alles irgendwie nicht in Stein gemeißelt. Genau, da wollen wir eben nochmal sprechen, Dirk, inwiefern wir hier am Sonnenhof, in der Nähe von Alsfeld, Kassel, eventuell auch mal hier irgendwas zusammen anbieten. Es findet jetzt im Oktober, wobei da glaube ich nur noch ein, zwei Plätze frei sind, weil wir nach wie vor im Kneipendojo drin sind und hier einfach nicht so viel Platz ist, findet in neun Tagen Lager statt, mit fünf Tagen Vorbereitungszeit, drei Tage Sechin. Und sowohl im Oktober als dann auch November und Dezember gerade für Einsteiger. Und wer sagt, oh Sechin, ich traue mich nicht so richtig, finden jeden Monat Wochenendsechin statt, wo wir quasi Anreise am Freitag, Samstag, Sonntag und jeweils vormittags ist dann statt Saasen ist ein kurzer Workshop, zum Beispiel zu so einem Thema, wie wir es heute ein bisschen beleuchtet haben, die Weitergabe, Bodhisattva-Gelübde, so ein bisschen Grundlagen-Workshop findet dann am Vormittag statt bei diesen Einsteiger-Sessionen. Und das ist im Regelfall das erste Wochenende im jeweiligen Monat. Ja. Und Infos dazu auf der Internetseite www.heisan-sen, wie Heizung Sanitär, heisan-sen.de und dort findet man, falls das für jemanden interessant ist, die Grafik, die wir uns heute angeguckt haben, findet man da auch unter dem Menüpunkt, Was ist Zen? Zen-Meister und Linie der Zen-Meister in der Navigation. Da kann man sich das auch als PDF ausdrucken, falls das für jemanden interessant ist. Ich werde jetzt gleich im Anschluss nochmal aus Dankbarkeit an Muro, ich habe es nämlich vergessen, Muro, das war keine Absicht, dein PayPal-Konto aktivieren und eine kleine Spende an dich rüberschieben für deine tiefgründige, erabitende Arbeit hier. Das werde ich gleich nochmal machen. Welche Arbeit meinst du jetzt? Was heißt reaktivieren? Es reicht, dass du da bist. Das reicht. Danke, danke, danke. Aber übernimm dich nicht. Nee, das mache ich ja aus Selbstlosigkeit. Das ist ja auch nur mein Karma. Ja, auch mein Karma. Bonuspunkte. Gut, ja, meine Lieben, schön, dass wir uns die Zeit genommen haben. Wir haben zwei Stunden Lebenszeit der Zuschauer geklaut. Wer sich das tatsächlich jetzt bis zum Ende gegeben hat, man kann sich nur wieder entschuldigen, dass wir die Lebenszeit der Zuschauer bis hierhin strapaziert und man hätte in den zwei Stunden ja auch eigentlich was Besseres machen können, als uns zuzuhören. Ja, aber trotzdem war es aber wieder schön mit euch beiden. Ich bedanke mich Ja, das ist gut. Und zwei Stunden lang. Genau, zwei Stunden lang. Ich weiß nicht. Du musst ja noch mal rausgehen und wieder reinkommen. Okay. Dankeschön und schönen Tag. Dann noch einen schönen Tag wünsche ich euch. Tschüss. Schönen Tag und dir, Mu, noch einen schönen Abend. Genau. So, vielen Dank. Vielen Dank.